Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 179 vom 5. März 2020. Wie immer mit dabei Philipp Banse und Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir können euch zugleich einladen und zwar in die schöne Hansestadt Hamburg. Dort werden wir am 18. April zu Gast sein, auf Kampnagel, wie die Hamburgerinnen und Hamburger sagen. Dort findet ein Fest statt, genau genommen das Europa-Camp der Zeitstiftung unter dem Stichwort Shape the Change. Und dieses Festival ist am 17. und 18. April, aber wir sind am 18. April abends um 20 Uhr zu Gast. Tickets könnt ihr klicken unter lage.live. Genau, und bevor es losgeht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir sind jetzt vier Jahre, ne? Jo, ist Geburtstag, ne? Bald, heute noch nicht, oder? Nächste Woche, ne? Also nächste Woche haben wir noch 13. März, genau. Alles klar, dann machen wir das nächste Woche. Dann machen wir das nächste Woche. Super, okay. Aber wir freuen uns schon mal vor, wir haben auch schon Tisch reserviert in einem unserer Lieblingslokale hier. Mit romantischer Kerze. Mit romantischer Kerze und lecker Steak. Alles klar, auf dich. Jetzt aber hinein ins Pad, Philipp. Ja. Und zwar, in dieser Woche war mal wieder die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen fällig. Da gab es vor einigen Wochen ja, wie soll ich sagen, einen politischen Donnerschlag, als ein Kandidat der FDP mit Stimmen der sogenannten Alternative für Deutschland gewählt wurde. Diese historische Pleite wurde jetzt korrigiert. So sieht es aus. Bodo Ramelow wurde gewählt im dritten Wahlgang und zwar mit genau 42 Stimmen. Also Linke, Grüne, SPD, so sieht es aus, haben für ihn gestimmt. Es gab 23 mal Nein, das war eine Stimme mehr, als die AfD-Mandate hat. Man muss also davon ausgehen, dass ein Neher oder ein Neher von der CDU-Fraktion auch mit Nein gestimmt hat. Dazu gab es eben 20 Enthaltungen von der Union. Minus ein Abweichler. So man das denn sagen kann, aber das sieht schon sehr danach aus. Minus eben ein Abweichler, der mit Nein wahrscheinlich stimmte. Ja, da stimmt jetzt sehr vieles, da spricht jetzt sehr vieles deswegen dafür, weil die vier FDP-Leute, die überhaupt nur im Saal waren, nämlich sitzen geblieben sind und ihre Stimme gar nicht abgegeben haben. Es ist quasi auch eine Enthaltung und haben allerdings diese Wahl boykottiert. Und Philipp, da muss man sich auch so ein bisschen wundern, oder? Dass die jetzt nicht mal an dieser Wahl teilnehmen, gerade so als sei da was furchtbar Verabscheuungswürdiges im Gange. Nur weil Bodo Ramelow, ein Mann, dem immerhin 70 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer Vertrauen nach Umfragen zum Ministerpräsidenten gewahlt werden soll. Ja, also ich finde, es sieht komisch aus, wenn die Alternative ist zwischen Ramelow von der Linkspartei und Höcke, einem Faschisten, gerichtlich verbrieft und die FDP sagt, oh, wir wissen nicht, was wir wählen sollen. Oder? Da ist man schon irritiert, muss man ganz ehrlich sagen. Das finde ich merkwürdig. Ursprünglich war geplant, dass die ganz rausgehen, das haben sie sich zum Glück verkniffen, aber es ist trotzdem eine merkwürdige Einstellung. Ja, Bodo Ramelow braucht, Philipp hat es eben angedeutet, drei Wahlgänge. In den ersten beiden Wahlgängen, wo die absolute Mehrheit erforderlich gewesen wäre, hat er die mit den genau 42 Stimmen seiner Regierungskoalition verfehlt. Denn er hat tatsächlich auch weiterhin, da hat sich nichts dran geändert, keine Mehrheit im Parlament. Es führt eine Minderheitsregierung an. Allerdings steht hinter dieser Minderheitsregierung jetzt immerhin so eine Art Stabilitätspakt für Thüringen. Denn Linke, SPD, CDU und Grüne haben sich geeinigt auf so eine Art Minimalkompromiss. Also die CDU ist jetzt natürlich nicht in diese Koalition eingetreten, aber sie hat eben immerhin zugestimmt, dass Ramelow gewählt werden soll, wenn auch nicht mit Stimmen der Union. Und Hintergrund dieses Deals ist, dass immerhin jetzt in einem geregelten Verfahren ein Jahr lang regiert werden soll. Der neue Landeshaushalt soll verabschiedet werden, aber schon am 25. April, also in gut einem Jahr des kommenden Jahres, also am 25. April 2021 soll der Thüringer Landtag neu gewählt werden. Noch ein kleines Detail am Rande. Nach seiner Wahl verweigerte Bodo Ramelow Herrn Höcke, der ihm zynischerweise die Hand geben wollte zur Gratulation. Eben diesen Handschlag, nicht etwa wegen des Coronavirus, sondern wie Ramelow sagte, zum Schutz der Demokratie, O-Ton Ramelow, erst wenn Herr Höcke die Demokratie verteidigt und Nicht-Demokraten fallen stellt, werde ich ihm die Hand schütteln. Davon gibt es auch ein Video von dieser Konversation zwischen Ramelow und Höcke, das im Netz steht, Philipp. Da hat er so eine Lippenleserin, Augenschmaus auf Twitter, hat er geschrieben, sie wollte das mal transkribieren. Hast du das gefunden? Also sie war dann immer sehr beschäftigt, weil sie ein Kind hat und das irgendwie krank war und also Julia Probst ist das, genau, also macht das öfter. Aber kam jetzt nichts bei raus diesmal, oder? Genau, also ich kann das jetzt hier mal kurz nochmal nachlesen, aber ich habe, ja sie beklagt sich vor vier Stunden, dass sie es unverschämt findet, dass Leute ihr so Druck machen, dass sie jetzt endlich das Ding mal übersetzen sollte. Also ich glaube, das hat sie jetzt nicht gekappt, kann man aber vorbeischauen, ein Augenschmaus auf Twitter, auch so einmal eine Empfehlung. Ja, soviel also zu den politischen Vorkommnissen in Thüringen in dieser Woche, damit hat das Land immerhin wieder eine stabile Regierung, die allerdings sich nicht so wirklich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen kann, aber ich denke für einen Übergangszeitraum von einem Jahr sind jetzt wieder geregelte Verhältnisse eingekehrt. Ja, zumal ja Mike Mohring als Landeschef und Fraktionschef der CDU zurückgetreten ist und Herr Vogt, glaube ich, heißt der jetzt der Neue, ich glaube, so war das, der scheint da, sagen wir mal, ein bisschen pragmatischeren Kurs zu fahren. Ja, aber natürlich bleibt auch diese irritierende Erkenntnis, dass sowohl die Union als auch die FDP in Thüringen so ihren inneren Kompass nochmal so ein bisschen eichen müssen. Stichwort Hufeisentheorie, die ist nach wie vor in beiden Parteien ganz offensichtlich sehr weit verbreitet, auf Deutsch, dass also die Linke genauso schlimm sei wie die AfD und man mit beiden in keiner Weise zusammenarbeiten wolle. Wie gesagt, dieses Sitzenbleiben der FDP-Männer im Landtag macht das ja nochmal wieder deutlich und da denke ich, sieht man in aller Klarheit, dass wir, wie soll ich sagen, weiterhin vor Herausforderungen stehen für die politische Kultur in unserem Lande. Es gibt eben einfach keine ganz klaren Mehrheiten mehr in der absoluten Mitte des politischen Spektrums und insbesondere Union und FDP werden sich immer wieder die Frage stellen müssen, ob es nicht sinnvoll ist, mit der Linken zusammenzuarbeiten, einer Partei, die sie zwar ablehnen, die aber ja immerhin fest auf dem Boden der Demokratie steht, um Erfolge der AfD zu vermeiden. Und dieses Zündeln mit dem Rechtsradikalismus ist einfach extrem gefährlich, aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die nicht vorbei ist. Man könnte sagen, es ist gerade nochmal gut gegangen, so je nachdem, wie man es so beurteilt. Aber mit einigen Blechschäden. Blechschäden, so das muss man ja überlegen, das muss man abwarten, wie das Jahr da verläuft und wie das dann mit der Neuwahl ausgeht, aber und wie dann eine Kooperation auch ist zwischen den Linken, den Grünen, SPD auf der einen Seite als Minderheitsregierung und der CDU vor allen Dingen auf der anderen Seite. Also ich meine, da gibt es natürlich ganz konkrete Risiken, es gibt natürlich, oder wird natürlich geben und hat es jetzt auch schon geben, Provokationen der AfD in der Weise, dass man irgendwelche Anträge einbringt, von denen man glaubt, dass sie für Union und FDP eigentlich inhaltlich attraktiv sind, um dann einfach mal die Standfähigkeit zu testen. Da wird es also jetzt immer wieder Situationen im Landtag geben, wo die AfD, sagen wir mal, so eine Art Bonbon hinhält und dann mal schaut, ob Unions- und FDP-Abgeordnete schwach werden. Wir wollen das jetzt nicht alles rekapitulieren, denn wir haben in der vergangenen Woche schon mal ausführlich darüber gesprochen, dass gerade in der Union es, wie soll ich sagen, einfach da programmatische Defizite gibt, die immer wieder die Union auf die Probe stellen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass da innerhalb der Union, wie soll ich sagen, so eine Art programmatische und auch ideologische Klarheit Einzug hält, die sagt, nein, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen. Und zwar selbst dann, wenn die AfD einen Antrag einbringt, den wir inhaltlich möglicherweise sogar für sinnvoll halten. Das andere Thema, was Deutschland und Europa dieser Woche und dieser Tage extrem beschäftigt, ist die Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Da ist es so, da müssen wir ein bisschen von vorne anfangen, da hat es jetzt auch einen Toten gegeben, Ursache ein bisschen unklar. Aber dann, glaube ich, müssen wir von vorne anfangen, um die Kausalität dieser ganzen Ereignisse, die wir da beobachten, so ein bisschen klar zu zerren. Ja, ganz genau, denn der Ausgangspunkt der aktuellen Ereignisse liegt ja eigentlich weniger in der Türkei als in Syrien, Philipp, wo sich die Lage in den letzten Tagen sehr zugespitzt hat. Genau, also da hat es jetzt gerade, als wir angefangen haben, die Meldung gegeben, dass Erdogan für die Türkei und Putin für Russland einen Waffenstillstand vereinbart haben. Aber das ändert nichts daran, dass es da über die letzten Wochen und Monate verheerende Attacken, Angriffe, Kämpfe gegeben hat. Und unterm Strich ist es so, dass der syrische Machthaber Assad sich quasi den Weg freibombt und diese letzte Stadt, eigentlich letzte große, die er noch nicht zurückgeobert hat, wieder zurückerobern will. Und er tut das eben mit seiner Luftwaffe, aber vor allen Dingen mit der Luftwaffe der Russen, die ihm dabei helfen und die dabei wirklich auf alles schießen, was noch zwei Ziegel übereinander hat. Und eingeschlossen, Krankenhäuser, Schulen, einfach alles und ich glaube, das ist mittlerweile auch unstrittig, dass das Kriegsverbrechen am laufenden Band sind, die da begangen werden. Ja, vielleicht ganz kurz zur Ergänzung, Philipp, was ist der Hintergrund, warum bombt Assad seine eigene Bevölkerung weg? Naja, also dieser Bürgerkrieg, der tobt jetzt seit, ich glaube, 2011 oder was und Assad hat halt mit russischer Hilfe große Teile, ich glaube, so zwei Drittel Syriens zurückerobert und Idlib ist halt ein Holdout für die Opposition, die es noch gibt, für einige auch Islamisten. Und die will er halt vertreiben, er will die Opposition tot machen und tötet dabei alles, was da noch so umherspaziert, Kinder, Frauen, alte, eingeschlossene Zivilisten. Das muss man sich mal ganz kurz reinziehen, ja, es geht also jetzt nicht nur darum, dass er wieder die Oberhoheit über sein Staatsgebiet, das Staatsgebiet Syriens erregen will, sondern um die politische Macht zu festigen, vertreibt er systematisch die Bevölkerung ganzer Regionen, ja, wir reden von Millionen Menschen, die Assad aus dem Land treibt, einfach nur um die politische Oberhoheit in diesem Staatsgebiet Syriens wiederherzustellen, ja, das ist also an Unmenschlichkeit und an Barbarei kaum zu übertreiben. Und das hat jetzt dazu geführt, dass aus Idlib die Zahlen schwanken, eine Million, zwei Millionen Menschen geflüchtet sind und eine Million Menschen davon hart schon auf der syrischen Seite der türkischen Südgrenze aus. Und diese türkische, syrisch-türkische Grenze, die ist geschlossen, da kommt momentan wohl keiner rüber, sodass diese Millionen Menschen aus Idlib dort verharren. Und gleichzeitig, das war sozusagen die eine Situation, was Syrien und Idlib angeht und dann hat Erdogan diese Woche gesagt, ja, weil er auch noch Flüchtlinge schon seit längerer Zeit, die Zahlen schwanken, zweieinhalb, drei, dreieinhalb Millionen auf türkischem Gebiet hat, viele aus Syrien, aber nicht alle. Und die haren da aus und er hat diese Woche gesagt, wir halten euch nicht mehr auf. Wenn ihr in die EU ziehen wollt. Wenn ihr in die EU ziehen wollt, halten wir euch nicht mehr auf. Und dann standen auf einmal Busse in Istanbul und dann sind wohl 10.000, 13.000 Leute aufgebrochen aus der Türkei an die griechische Grenze. Also die Türkei hat ja im Norden, im Nord, was ist es, Westen mit Griechenland eine Landgrenze an so einem Fluss. Und da hat die Türkei also diese Menschen rausgelassen in ein Niemandsland. Aber die griechische Grenze ist halt verrammelt und verriegelt und nun harren da 13.000 Leute aus in so einem Niemandsland zwischen Türkei und Griechenland. Ja und man muss natürlich deutlich dazu sagen, der griechische Premier Kuriakos Mitsotakis hält die griechische Grenze nicht nur geschlossen, Philipp, sondern da kommt es auch zu unschönen Szenen. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, da wird auf Menschen geschossen. Da wird auf Menschen geschossen mit Tränengas, mit Blendgranaten. Wie gesagt, es gab auch einen Toten, Ursache ist noch ein bisschen unklar, die Türken sagen, die Griechen hätten ihn erschossen, die Griechen bestreiten das. Also da ist jedenfalls ein Mensch ums Leben gekommen und der griechische Ministerpräsident hat gesagt, wir machen hier einen Monat lang keine Asylanträge mehr, die nehmen wir nicht mehr entgegen als eine Art Notmaßnahme. UNHCR, UN Flüchtlingshilfsverhältnis sagt, ist ein Widerspruch zum EU-Recht, da sagen wir vielleicht noch was dazu. Das ist unstrittig aber, dass das griechische Asylsystem zusammengebrochen ist, aber diese Leute könnten halt eigentlich auch einen Asylantrag stellen in der Türkei, weil das ein sicherer Drittstaat ist. Tatsache ist aber, dass die Situation katastrophal ist und vor allen Dingen auch nicht nur da oben an der Landgrenze, sondern eben auch auf den Inseln, die nahe der türkischen Küste liegen. Da kommen Boote an, werden von griechischen Booten abgedrängt, geflüchtete Journalisten, Hilfsorganisationen werden auf diesen Inseln von Rechtsradikalen, von so einem Mob angegriffen. Ja, das hatten wir ja schon mal in der Lage. Genau, hatten wir schon mal, ist jetzt aber nochmal vorgekommen. Also da herrscht echte Pogromstimmung. Auch auf dem Mittelmeer, da kursierte diese Woche auf Twitter ein Video, das ist natürlich immer sehr schwer quasi objektiv zu prüfen, ob das tatsächlich authentisch ist. Aber wenn man diesem Video glaubt, gab es da also ein Boot der Küstenwache, manche sagen türkische Küstenwache, andere sagen griechische Küstenwache, das quasi mit Vollspeed immer um so ein Flüchtlingsschlauchboot drumherum fährt und damit natürlich Wellen provoziert. Und das sieht auf diesem Video so aus, als wenn dieses Küstenwachboot im Grunde alles dransetzt, um dieses Flüchtlingsboot zum Kentern zu bringen. Auch Warnschüsse ins Wasser. Also das ist in dem Video auch relativ klar zu sehen, dass jemand mit einem Gewehr vom Boot, von dem staatlichen Boot ins Wasser schießt, nahe dieses Schlauchboots. Also das sieht doch sehr danach aus, als sollte von staatlicher Seite verhindern werden, dass dieses Boot überhaupt anlandet. Und damit, dass es auch klar ist, dieser Türkei-EU-Deal, über den wir auch schon gesprochen haben, wohl stand jetzt erstmal so, wie er galt, gescheitert. Und der sah ja vor, dass die Türkei einerseits verhindert, dass syrische Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa kommen. Dafür nimmt die Türkei aber alle Syrer zurück, die in der EU, in Schrägstrich Griechenland, überprüft wurden und abgelehnt wurden. Die soll die Türkei wieder zurücknehmen. Dafür wiederum wollte die EU Syrer zurücknehmen, die es halt besonders schutzbedürftig sind, Frauen, Kinder, Alte etc. im Austausch. Und letztlich, last but not least, soll die Türkei quasi für diese Dienste, die sie der EU erweist, sechs Milliarden Euro bekommen. Genau, um das vielleicht so ein ganz kleines bisschen zu kontextualisieren. Also die Idee dahinter war, dass die Türkei im Grunde so eine Art Pufferstaat wird. Damit die Menschen eben nicht einfach durch die Türkei durchmarschieren und direkt in die EU laufen, sollte die Türkei einen Puffer bilden, sollte die Menschen möglichst zurückhalten, sollte insbesondere auch die Landgrenze nach Griechenland schließen. Aber auch die Seegrenze, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit von türkischen Stränden mit Schiffen rüber nach Griechenland zu fahren, auch das sollte die Türkei eigentlich verhindern. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich so weit gehen kann zu sagen, dieser Deal sei jetzt insgesamt gescheitert. Ich glaube, man muss nur sagen, jedenfalls aktuell wird er so nicht umgesetzt, das heißt aber ja nicht, dass er nicht wieder in Kraft gesetzt werden kann. Oder neu verhandelt. Also grundsätzlich mal ist er ja schon noch in der Welt, bei aller Kritik, die man inhaltlich an diesem Deal nochmal üben muss. Also wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als sei das jetzt quasi das Ende der Welt, dass dieser Deal aktuell nicht durchgesetzt wird. Da gab es ja auch, haben wir ja auch in der Lage ausführlich geschildert, einige Kritik von Menschenrechtsorganisationen, dass es überhaupt so einen Deal gab. Genau, also unter anderem auch deshalb, weil die Situation vieler eben in der Türkei, vieler Geflüchtete auch nicht optimal ist. Und vor allen Dingen, weil das ganze Ding darauf basierte, dass das griechische Asylsystem funktioniert. Dass halt die Menschen, die da in Griechenland ankommen, ein faires, schnelles Verfahren bekommen, dann gesagt wird, kommt ihr rein. Ja, kommt ihr nicht rein, dann geht ihr halt zurück in die EU, aber das Ding ist komplett kollabiert. Und das, obwohl ja der Deal immerhin dazu geführt hat, dass im letzten Jahr nur noch knapp 100.000 Migrantinnen und Migranten überhaupt in Griechenland angekommen sind. Statt einer Million, wie das vor dem Deal war. Also der Deal hatte auf jeden Fall Effekte, aber man muss das so deutlich sagen, die Griechen haben es irgendwie nicht geschafft, ihren Teil des Deals zu erfüllen, woran auch immer das lag. Obwohl sie ja von der EU eine ganze Menge an Hilfen bekommen haben. Ja, aber viel zu wenig. Also das denke ich, das ist glaube ich auch unstrittig, dass das absehbar war. Das hat ja Pro Asyl auch gesagt und das haben ja viele andere auch gesagt, dass das griechische System mit dem, was da zu verarbeiten war, nicht klarkommen würde. Und das ist ja jetzt der Punkt, da haben wir ja auch in einer der letzten Lagen darüber berichtet, das war ja abzusehen. Ja, das war ja ein Desaster mit Anlauf und die Frage ist jetzt halt, warum macht das Erdogan jetzt? Ja, die Flüchtlinge, die er hat, diese je nach Zählung drei, dreieinhalb Millionen, vier Millionen in diesem Land, kein Land auf der Erde hat mehr Flüchtlinge, die sind ja jetzt nicht seit gestern da und den Deal kritisiert er auch schon, warum also jetzt? Und das eine ist, denke ich, er verlangt von der EU Hilfe in Idlib, weil natürlich aus Idlib Millionen von Menschen vertrieben werden, die sich an der syrisch-türkischen Grenze sammeln und Erdogan will verhindern, dass die in die Türkei kommen. Das ist glaube ich das eine Anliegen. Das heißt also mit anderen Worten, es soll idealerweise aus Sicht Ankaras schon verhindert werden, dass sich die Menschen aus Syrien überhaupt auf den Weg machen und um das zu verhindern, müsste man natürlich letztlich die syrische Regierung davon abhalten, auf ihre eigenen Menschen zu schießen und die Regionen rund um Idlib quasi auszubomben und zugleich setzt das wiederum natürlich Druck auf Russland voraus, denn der russische Machthaber Putin gehört ja zu den stärksten Unterstützern des Assad-Regimes. Das heißt also Syrien und Russland auf der einen Seite gegen die Menschen in Idlib und mittelbar auch gegen die Türkei, weil die Vertreibung der Menschen aus der Region rund um Idlib eben den Migrationsdruck auf die Türkei steigert. Wie gesagt, noch kann die Türkei ihre Südgrenze quasi halten, noch kommt es da nicht zu einem, soweit wir das jedenfalls bisher sehen können, zu einem massenhaften Eindringen quasi oder Übergang von Menschen aus Syrien in die Türkei. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, aus menschenrechtlicher Perspektive ist es natürlich auch eine Katastrophe, dass die Menschen da vor der Grenze ausharren müssen und nicht in die Türkei ziehen können. Genau, das ist so das eine große Motiv, was Erdogan hat und das zweite ist natürlich und nachvollziehbarweise auch auf eine Art das Geld. Also die EU hat diese sechs Milliarden Euro, das ist glaube ich auch Konsens, zum Teil gezahlt, zum Teil verplant, also die EU hat da ihre finanziellen Verpflichtungen, denen ist sie nachgekommen. Aber es gibt halt diese große Anzahl von Flüchtlingen in der Türkei und jetzt, da Assad in Syrien wahrscheinlich den Sieg davontragen wird und da wieder die Macht und Kontrolle in Syrien übernehmen wird, ist klar, dass diese Flüchtlinge so schnell nicht zurückgehen werden aus der Türkei und die werden da bleiben. Und deswegen hat sich Erdogan natürlich gefragt, wie geht denn das jetzt weiter und dann stellt er fest, bei den Haushaltsverhandlungen, die jetzt stattgefunden haben und noch stattfinden in Brüssel für die nächsten Jahre, ist zwar eine Menge Geld für Frontex und Migration etc. eingeplant, aber nichts offensichtlich, kein einziger Euro für die Fortführung dieses Deals. Kein einziger Euro. Offensichtlich nicht und das, sag mal, finde ich schon, hat nachvollziehbar offensichtlich dazu geführt, dass die Türkei sich da im Stich gelassen fühlt und mir scheint das auch ein großer Fehler zu sein, weil natürlich kann man diesen Deal kritisieren, aber das ist nun mal eine echt vertrackte Situation und mein Eindruck ist, wir haben das ja auch kritisiert, dass dieser Deal so ein bisschen versucht, the best of both worlds zu machen, das ist so ein bisschen die Pest und Cholera. Aber es ist ein Mittel, mit dem zumindest sich Luft verschafft werden kann, um die Asylverwaltung in Griechenland aufzubauen, um Lösungen zu finden und wenn die EU dann das nicht einplant, ein Ding, was in vielen Aspekten funktioniert hat, weiterzuführen und einfach zu glauben, vielleicht geht es ja auch ohne Geld, das finde ich ist ein großer strategischer Fehler. Trotzdem muss man jetzt sagen, Leute, hört auf zu hyperventilieren, ja, in der Türkei, ja, da leben, die haben wirklich viele Flüchtlinge. Da leben circa drei Millionen plus und minus. Und es kommen eventuell drei Millionen weitere, also wenn tatsächlich diese Migration aus der Region Idlib in die Türkei ungebremst weiter ginge oder sich tatsächlich noch intensivieren sollte, wie gesagt, momentan hält die Grenze, dann hätte die Türkei zugegebenermaßen ein echtes Problem, ein humanitäres Problem zu lösen. Das ist eine humanitäre Katastrophe, jetzt stehen da 10.000, 13.000 Leute an der griechischen Grenze. Und da muss man ganz ehrlich sagen. Weißt du, und da fragen sich auch einige, also wie kann das sein, dass da 10.000 Leute stehen an der Grenze eines Staatenverbunds, der was, 500 Millionen Einwohner hat? Also 450, ja gut, ich meine, jetzt ist natürlich UK raus, also gut 400. Und das ist da, dass da sofort das Asylsystem suspendiert wird und alle nur noch daran denken, ihre eigenen Grenzen zu sichern, ja, also sollen wir wieder die Grenze hochziehen zwischen Österreich und Deutschland, ja, ist jetzt die Debatte. Und da kann man nur sagen, Leute, atmet einmal durch, ja, wie ist denn eigentlich die Rechtslage? Ja, also selbst wenn die 13.000 kämen, ist ja absehbar, das wäre jetzt nicht der Zusammenbruch, noch nicht mal des deutschen Asylsystems, selbst dann, wenn alle nach Deutschland kämen. Das muss doch möglich sein, diese Leute, auch dieses Argument, ja, dann kommen dann so viele nach, da muss man sagen, diese Leute sind jetzt in Not, ja, da muss es einen Weg geben, sie zu finden. Und wenn dann eben viele nachkommen, ja, dann muss man eben einen weiteren Weg finden, dann muss man das nächste Problem finden. Ja, was ist das bitte für eine zynische Herangehensweise zu sagen, wir behandeln diese 13.000 extra schlecht, damit nicht etwa sowas wie eine Anreizwirkung entsteht. Ja, aber dieses Problem funktioniert ja auch schon mit diesen Camps Moya und auf den Inseln Lesbos, das ist ja auch schon Abschreckung. Aber natürlich ist es auch zynisch, wenn Erdogan diese, ihnen sagt, Leute, die Grenze ist offen, um diese Situation herbeizuführen. Genau, und dann letztlich dann Druck auf die EU auszuüben. Deswegen hat ja auch schon einer der Top-Verhandler der EU, so war es in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, gesagt, wir verhandeln ja gerne mit euch, liebe Türken, aber nicht mit dem Messer an der Kehle, war die Formulierung. Und eine Sache noch, und zwar, die Frage ist ja, kommen da Leute nach? Also da gibt es offensichtlich Umfragen, wir haben das verlinkt, ein Soziologe Roland Hosner hat das ausgegraben mit Verweis auf das Desim-Institut, die angeblich Geflüchtete in Syrien befragt haben, wie wollt ihr denn wirklich, also in der Türkei, syrische Geflüchtete in der Türkei befragt haben, wollt ihr wirklich in die EU? Und da sind die so auf Zahlen von 40.000, 50.000 Leute gekommen, die eigentlich weiterziehen wollen. Weit entfernt von drei Millionen. Weit entfernt von drei Millionen und auch das wäre noch handhabbar. Ja, man muss natürlich dazu wiederum sagen, so berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass am Anfang, als die syrische Fluchtwelle in die Türkei begann, in der Türkei sehr, sehr große Solidarität bestand, weil es da viele wohl verwandtschaftliche Beziehungen gibt und generell einfach eine große Sympathie der Türken für die Syrer. Das heißt, am Anfang gab es so eine Art türkische Willkommenskultur, die hat sich zwischenzeitlich drastisch verschlechtert und zwar maßgeblich, so jedenfalls meint der Korrespondent der Süddeutschen, aufgrund der türkischen Regierungspropaganda. Das heißt also, die Erdogan-Regierung hat die eigenen Leute massiv mobilisiert gegen syrische Refugees, sodass von Willkommenskultur da jetzt auch keine Rede mehr sein kann. Aber Philipp. Rechtslage. Rechtslage, ne? Du hast das Stichwort eben schon in den Raum geworfen, also jetzt wird ja immer ganz viel geredet von dem unverzichtbaren Schutz der EU-Außengrenzen und das ist in diesem Fall nun mal die griechische Außengrenze und das scheinen die Griechen ja mit einiger Brutalität auch durchzuziehen. Ja genau, also ist das ein legitimes Ding? Natürlich. Also natürlich grundsätzlich mal ist das ein legitimes, ja, also wir haben über die Frage, wie ist das mit Migration und Kontrolle von Migration, ja vor zwei, drei Folgen erst ausführlich gesprochen, grundsätzlich mal ist es extrem schwierig, wenn man versucht über Grenzen Migration aufzuhalten, einfach weil das im Zweifel nur dazu führt, dass die Leute dann eben vor der Grenze irgendwo kampieren und eine dramatische humanitäre Situation eintritt. Also an diesem Prinzip geschlossener Grenzen kann man, denke ich, aus einer humanitären Perspektive schon große Zweifel haben, aber das wäre jetzt ja ein pragmatisches Argument. Aus einer rechtlichen Perspektive ist es so, dass die Richtlinie über das EU-Asylverfahren von 2013 besagt, dass Asylanträge auch an der Grenze gestellt werden können, mit anderen Worten, so ganz einfach ist es nicht, dass man einfach sagt, wir Griechen lassen hier einfach niemanden rein, denn zumindest müssten die Griechen Asylanträge ermöglichen. Ja, also Griechenland darf Asylanträge nicht verhindern, indem es Grenzübergänge schließt und Flüchtlinge fernhält. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erst im Februar entschieden in der Entscheidung, die wir ausführlich auch in der Lage besprochen haben mit Dana Schmalz. Da hat es zwar ausdrücklich gesagt oder hat der Gerichtshof ausdrücklich festgehalten, dass in dem konkreten Fall Spanien zwar nicht die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt habe, aber ganz allgemein hat der Gerichtshof schon deutlich gemacht, dass Staaten einen effektiven Zugang zu ihrem Asylverfahren sicherstellen müssen und das gilt insbesondere auch an der Grenze. Und nur dann, wenn es diese Möglichkeit gibt, also wenn man eine effektive Möglichkeit hat, einen Asylantrag zu stellen, nur dann dürfen die Griechen nach dem Maßstab dieser Entscheidung Flüchtlinge ungeprüft zurückschicken, wenn sie in einer großen Zahl an die Grenzzäune stürmen. Also man muss deutlich sagen, ja, man kann die Grenze zumachen, dann muss man aber quasi an anderer Stelle eine Tür aufmachen und einen Schreibtisch hinstellen und sagen, liebe Leute, hier könnt ihr einen Asylantrag stellen. Man kann es sich also nicht so einfach machen, von illegalen Migranten zu reden. Ganz im Gegenteil, diese Menschen haben aus einer menschenrechtlichen Perspektive grundsätzlich einen Anspruch darauf, einen Asylantrag stellen zu machen. Aber nun ist die Türkei ja ein sicherer Drittstaat. Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Das eigentliche Stichwort ist ja da auch der sogenannte erste Asylstaat. Dann nämlich, wenn die Türkei als erster Asylstaat oder als sicherer Drittstaat gilt nach EU-Recht, dann könnten Flüchtlinge nach diesem EU-Recht auch in die Türkei zurückgeschickt werden. Sie haben aber immer noch einen Anspruch auf die Prüfung, ob die Türkei die Anforderungen des EU-Rechts als erster Asylstaat oder als sicherer Drittstaat tatsächlich erfüllt. Ja, man kann also auch da nicht einfach ohne Prüfung im Einzelfall Menschen zurückschicken. Man muss also entweder die Frage stellen, ob ihnen direkt Asyl oder ein anderer Schutzstatus zu gewähren ist. Oder wenn man sie zurückschicken will, muss man prüfen, wie denn ihre konkrete Situation in der Türkei aussieht. Aber ohne Prüfung geht es nicht. Man kann nicht einfach die Tür zumachen. Wir haben dann Recht auf Prüfung und Pro Asyl sagt ja auch, dass die Türkei eben genau diese Kriterien nicht erfüllt. Also wie auch immer, einfach dicht machen und die Leute draußen halten und womöglich noch beschießen. Das geht, denke ich, auf keinen Fall. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, Philipp, wenn das so ist, dann ist das, was die Griechen da machen, ein glatter Rechtsbruch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Reaktion der übrigen europäischen Staaten bemerkenswert ruhig. Die haben ihnen sogar noch gedankt. Also von der Leyen und ihr Parlamentspräsident und so noch ein paar hohe Vertreter waren ja kürzlich da. Und die haben sich bedankt bei den Griechen für ihre Standhaftigkeit und so. Also da muss man ganz ehrlich sagen, kann man nur noch irritiert zuschauen, was da passiert. Das hat jedenfalls mit einer effektiven Durchsetzung europäischen Rechts nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber man muss natürlich zugestehen, die Situation ist natürlich auch verfahren. Insbesondere ist sie dann verfahren, wenn man sich tatsächlich gruselt davor, dass Menschen nach Europa kommen. Aus meiner Sicht zeigt dieser Grusel, der unterschwellig einfach in ganz vielen politischen Reaktionen und zwar quasi in der ganzen Breite des Spektrums spürbar ist. Vordergründig vor allem natürlich eine Angst vor der Fremdenfeindlichkeit, die dann möglicherweise wieder der AfD helfen könnte oder verwandten rechtsextremen Parteien. Aber in zweiter Hinsicht, denke ich, zeigt diese Angst aller Parteien vor weiterer Migration, natürlich mit graduellen Unterschieden, wir kommen gleich zu den Details, zeigt diese Angst in allen Parteien sehr deutlich, wie sich auch schon der Diskurs in Europa verschoben hat. Also es wird aus meiner Sicht viel zu wenig darüber geredet, dass wir es mit einer humanitären Katastrophe zu tun haben an der Grenze, wenn sie auch meinetwegen nur 13.000 Menschen betrifft. Und wir reden viel zu viel davon, wie man diese Menschen irgendwie von Europa fernhält. Also ich finde das unglaublich hartherzig. Ich glaube, das ist hartherzig und das ist gespeist aus diesen Erlebnissen 2015. Das ist gespeist aus der Angst vor Rechtsextremisten, Rechtsradikalen, vor dem Rumgeschrei. Und es ist, glaube ich, natürlich auch gespeist aus der Tatsache, dass sie merken, wir haben diese Zeit, die uns dieser Deal eigentlich verschafft hat, nicht wirklich genutzt. Wir hätten das nutzen müssen, nicht nur in Griechenland, sondern in der gesamten EU, eine funktionierende, gut ausgebaute Asyl- und Flüchtlingsbürokratie an den Grenzen aufzubauen, die damit dann klarkommt. Wir hätten uns tausend andere Sachen überlegen müssen. Wir hätten überlegen müssen, was kommt nach dem Türkei-Deal etc. Und jetzt merken sie, haben wir alles nicht getan und jetzt heißt es, bloß schnell weg damit. Jetzt haben wir ein paar Lösungsansätze aufgeschrieben, die die Parteien vorgeschlagen haben. Annalena Baerbock, Co-Vorsitzende der Bündnis 90 Die Grünen, hat Kontingentlösungen zur Aufnahme von Migranten von der türkisch-griechischen Grenze gefordert. Das heißt das konkret Kontingentlösungen? Kontingent würde ich so verstehen, dass es halt jedes Land ein Kontingent übernimmt davon. Also mit anderen Worten, wir lassen halt einfach x Leute rein. Nein. Ist natürlich für den Moment zunächst mal eine pragmatische Idee. Man muss fairerweise zugestehen, na gut, wenn man jetzt sagt, für diese 13.000 Leute finden wir Kontingente. Ja, 5.000 nach Deutschland, 3.000 nach Frankreich und noch ein paar nach Portugal oder Finnland. Da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, also dann werden schon ein paar Leute noch kommen. Also es ist ja nun nicht davon auszugehen, dass nach diesen 13.000 dann Schluss ist. Also das wäre allenfalls so ein Hotfix für das Problem, aber sicherlich auch keine tragfähige Dauerlösung. Das nicht. Sagt auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Thorsten Frey. Der lässt sich zitieren mit den Worten, der Vorschlag der Parteivorsitzenden der Grünen läuft faktisch auf eine unkontrollierte Grenzöffnung hinaus. Mit anderen Worten, er ist dagegen. Hat jetzt aber auch nicht so ein richtiges Konzept geliefert. Also das Konzept der Union ist ganz offensichtlich die Grenzen zu. Das ist anscheinend die Grundidee, die dem zugrunde liegt, die Grenzen innerhalb Europas möglichst offen zu halten, indem wir an den Außengrenzen Schutzwelle hochziehen. Ja, aber es gibt ja in der Union auch schon Debatten darüber, ob wir nicht, wie gesagt, die Grenzen wieder im Falle des Falles dicht machen sollten. Ja, das ist nebenbei ganz interessant rhetorisch, denn es wird ja immer rückblickend auf das Jahr 2015 davon gesprochen, Angela Merkel habe die Grenzen geöffnet. Da muss man ganz deutlich sagen, sie waren offen und sie sind auch bis heute offen. Ja, was Angela Merkel damals halt nicht gemacht hat, ist irgendwie ein paar tausend Kilometer Stacheldraht rund um Deutschland zu ziehen. Einfach nur mal, um da die Fakten glatt zu ziehen, von einer Grenzöffnung im engeren Sinne kann keine Rede sein. So, dann sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Tomei, die EU-Innenminister müssen vor allem eine Weiterentwicklung des EU-Türkei-Deals beraten. Die kann es aber nur geben, wenn der türkische Präsident Erdogan die Eskalationsspirale anhält und seine Verpflichtung wieder erfüllt. Also, ich würde auch sagen, also diesen Deal wieder neu zu verhandeln, das ist sicherlich eine gute Idee. Also, wie auch immer. Also, weil ich glaube, das ist zwar keine richtig dauerhafte finale Lösung, aber es hat den Leuten auf jeden Fall den Staaten eigentlich Luft verschafft, um eine dauerhafte Verwaltung an den Grenzen zu eröffnen. Um den Leuten, die da kommen, ein faires, schnelles Verfahren zu bieten, was dazu führt, dass sie da nicht monatelang in irgendwelchen Lagern rumsitzen, sondern dass eine Verwaltung da ist, die mit den Tausenden von Leuten, das klingt erstmal viel, aber für so eine Verwaltung, für so einen Staatenverbund wie die EU ist das machbar, mit denen die da klarkommen. Deswegen finde ich dieses Neuverhandeln absolut die richtige Idee. Michael Brand, Obmann der Fraktion Die Linke im Ausschuss für Menschenrechte sagt, unmenschliche Abschüttung an der türkisch-griechischen Grenze, die muss beendet werden. Ich bin fassungslos und erschüttert über die Gewalt, die vor unseren Augen gegen unschuldige Schutzbedürftige angewendet wird, erfordert, den Geflüchteten zu helfen. Also das bedeutet, im Grunde ist die Linke die einzige Partei, die relativ offene Grenzöffnung fordert. Bei den Grünen Kontingentlösungen bedeutet das ja eben noch lange nicht, dass alle einfach so rüber können. Die Linken sind da ganz offensichtlich am deutlichsten. Dann gibt es noch den Europaabgeordneten Erik Markert, der aktuell wohl auf Lesbos ist und er sagt, im Prinzip ist es relativ einfach, wir brauchen eine humanitäre Hilfe vor Ort, Sicherheitscheck der Ankommenden und dann die Prüfung der Schutzbedürftigkeit in verschiedenen europäischen Staaten durch Kontingente. Also mit anderen Worten, Verteilung der Menschen von der Grenze über ganz Europa. Genau, dann Verhandlungen mit der Türkei. Ich verende den Satz wahrscheinlich über die Fortsetzung dieses Deals. Unterdessen, was die SPD davon hält, ist nicht so richtig deutlich geworden, Philipp? Also ich habe das jetzt nicht explizit nochmal nachgelesen. Man kann das aber, finde ich, ablesen, unter anderem an dem, was der Bundestag heute beschlossen hat. Die Grünen haben nämlich einen Antrag gestellt, 5000 Kinder und Frauen aus Moja, also einem Lager auf Lesbos aufzunehmen und da war die CDU dagegen mit dem Argument, ja, wenn wir da jetzt sozusagen einseitig Leute übernehmen, wie sollen wir dann andere europäische Länder dazu bewegen, das irgendwie mit uns zusammen zu machen? Wo dann was wieder bedeutet, dass die Geflüchteten dort letztlich zum Faustpfand gemacht werden. Das ist im Grunde genau diese Objektivierung, die das Bundesverfassungsgericht als Eingriff in die Menschenwürde sieht. Dass man Menschen nicht um ihrer Selbstwillen betrachtet, sondern dass man Menschen im Grunde nur als Faustpfand betrachtet, um irgendwelche möglicherweise auch legitimen politischen Ziele zu verwenden. Ich finde das einfach barbarisch, dass man derart strategisch und mit kaltem Kalkül das Schicksal von Menschen sehenden Auges nicht verbessert, einfach nur, weil man deren Elend ausnutzen will in politischen Verhandlungen. Und die SPD war wohl im Prinzip für diesen Antrag der Grünen, hat dann aber doch dagegen gestimmt, einerseits weil der Koalitionsvertrag das anmahnt und vorsieht, dass man da in der Koalition miteinander abstimmt und die CDU eben dagegen ist. Andererseits eben mit dem Argument zumindest, dass es eine EU-Lösung braucht. Also ich finde, ja, wie gesagt, ich bin da, ich bin sehr irritiert. Man muss der Fairness aber dazu sagen, dass jedenfalls die Jusos in der SPD sich traditionell für ein liberaleres Flüchtlingsrecht einsetzen. Aber die SPD-Bundestagsfraktion scheint mir da ehrlich gesagt ziemlich rumzueiern. Saskia Esken ist immer relativ nah dran an den Jusos in ihrer Kommunikation, insbesondere mahnt sie humanitäre Lösungen an. Aber die offizielle Linie der Fraktion scheint nicht so weit entfernt zu sein von der Unionslinie. Genau, also fällt der Blick wieder auf die EU, was passiert da? Und da muss man einfach sagen, dass die EU halt völlig zerrissen ist. Und da ja dieses Problem ist ja kein neues und es gibt seit Jahren die Diskussion, wie will die Union ihre Flüchtlings-, Migrations- und Asylpolitik organisieren. Und da zeigt sich, dass die Union halt seit Jahren zerrissen ist, also die Europäische Union. Hier gibt es ja auf der einen Seite sind Länder wie Deutschland, Portugal, Finnland, Frankreich vor allen Dingen, die eben Werte und Grundrechte hochhalten. Wir können das in der Praxis aber auch sehr halbherzig durchsetzen, aber im Prinzip, denke ich mal, an einer Werte- und praxisorientierten Lösung interessiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben Länder wie die Wiesegard-Staaten, Ungarn, Polen, Tschechien, die sagen, wir machen im Prinzip die Grenzen dicht. Wir machen die dicht, wir brauchen keine Grenzschützer, wir brauchen Soldaten, weil nur Soldaten können Flüchtlinge abweisen. Grenzschützer kontrollieren, sie Soldaten schießen. Ja, und das sind wirklich Sachen, die Orban mehr oder weniger wörtlich gesagt hat. Und dann brauchen wir so sinngemäß auch keine Milliarden an die Türkei zu zahlen. Wir verjagen einfach die Refugees. So, und das sind wirklich ernsthafte Positionen. Und da muss man sich halt dann auch mal fragen, aber was heißt denn das konkret? Genau, dieses Stichwort, was heißt denn das konkret, machen wir auch deswegen jetzt mal so stark, weil das natürlich auch im innerdeutschen Diskurs immer wieder kommt. Sogar in den Lagekommentaren haben wir immer wieder gelesen, na Grenzen zu oder Merkel die Grenzen aufgemacht und so. Und wir wollten einfach mal kurz der Frage nachgehen, was heißt es denn konkret, Menschen zu verjagen oder Grenzen dicht zu machen? Ja, was heißt denn vertreiben? Was heißt denn raushalten? Was heißt denn Grenze sichern? Ja, das sind so Standardargumente der AfD, was Angela Merkel und die Bundesregierung angeblich alles nicht getan hätten. Wie soll es konkret aussehen, Philipp? Also, um ein Beispiel zu bringen, Griechenland hat überhin eine schwimmende Barriere im Mittelmeer mal diskutiert. Und eine schwimmende Barriere, ja, so eine Art streibende Mauer, keine Ahnung, wie das dann konkret aussehen soll. Und auf jeden Fall würde das bedeuten, dass Schlauchboote auf dem Weg auf eine griechische Insel zum Beispiel oder an das griechische Festland vor dieser Barriere stranden, dort weiter treiben. Und zwar so lange, bis die Menschen ertrunken sind, weil die Schlauchboote untergehen oder weil sie verhungert sind oder weil sie verdurstet sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde eine solche Barriere bedeuten, dass man also auf dem Mittelmeer Menschen elend zugrunde gehen lässt. Ja, du siehst es ja auch jetzt, ich meine, an der türkisch-griechischen Grenze. Ja, die sitzen da halt, kommen nicht weiter. Und du musst da Stacheldraht aufbauen und dann wollen die rüberklettern. Dann musst du schießen. Dann schießt du. Dann wirfst du Blendgranaten, dann lädst du Tränengas ein. Aber ich meine, das ändert ja nichts daran, dass die Menschen da leben. Und was soll denn das jetzt eigentlich bedeuten? Sollen diese 13.000 Menschen jetzt quasi unbefristet da irgendwie auf dem Acker sitzen? Wie soll denn das konkret aussehen? Wie lange sollen sie denn da sitzen, bis sie verhungert oder erfroren sind oder bis das Coronavirus kommt? Ja, ich frage mich dann immer, was soll denn das eigentlich konkret bedeuten? Und ich denke, was ist zum Beispiel auch mit den Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden von irgendwelchen Schiffen? Ja, also von Schiffen, die dezidiert zur Rettung eingesetzt werden oder auch zum Beispiel von Frachtschiffen. Was ist denn mit den Menschen, die von Schiffen gerettet werden? Die müssen ja nun irgendwo an Land. Ja, was soll man denn mit diesen ganzen Menschen machen? Also ganz ehrlich, ich glaube, dieses Grenzen-zu-Argument, das klingt immer so scheinbar einfach. Aber in Wirklichkeit ist es unfassbar unmenschlich, weil das einfach nur bedeutet, dass man Menschen dem sicheren Tod oder elenden humanitären Bedingungen ausliefert, weil man sie nicht weiterziehen lässt. Und wie gesagt, ich bin nun wahrlich kein Migrationsexperte, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, das eigentliche Problem besteht darin, dass sich Migration nun mal nicht stoppen lässt. Wenn sich Menschen auf den Weg machen, wenn Menschen erstmal irgendwo unterwegs sind, wenn Menschen alles aufgeben, um in der Ferne ihr Glück zu suchen oder auch nur Sicherheit und Schutz vor Fassbomben zu suchen, dann lässt sich diese Migration einfach nicht schützen. Jedenfalls nicht, und da kommt die spannende Frage, nicht ohne, dass wir unsere christlichen, humanitären Werte, auf die wir im Westen so stolz sind und unsere zivilisatorischen Errungenschaften aufgeben. Um es mal deutlich zu sagen, die sogenannte Festung Europa lässt sich nicht sichern, ohne dass wir aufhören, menschlich zu handeln. Oder andersrum formuliert, wir kommen da in ein humanitäres Dilemma. Eins müssen wir auf jeden Fall aufgeben. Entweder die Idee von der Festung Europa oder wir geben unseren christlichen Humanismus und die Werte des christlichen Abendlandes auf, auf die wir so stolz sind. Auf die insbesondere auch die Union so stolz ist, die im selben Moment sagt, Grenzen zu. Ich glaube, man muss diese Zuspitzung sich einfach mal klar machen, um in dieser Debatte überhaupt ehrlich zu bleiben. Eins geben wir auf jeden Fall auf, die geschlossenen Grenzen oder unseren Humanismus. Ja und genau, jetzt ist natürlich die Frage, was macht die Kommission, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war an der griechischen Grenze, habe ich es gesagt, türkischen Grenze. Und die hat jetzt so ein paar Sachen angekündigt, also Griechenland soll jetzt 700 Millionen Euro kriegen, von der EU Asylagentur EASO sollen 160 Experten hingeschickt werden. Grenzagentur Frontex soll ein neues Programm für schnelle Rückführungen auferlegen, was immer das auch heißt. Also die dann in Griechenland bleiben dürfen, Frontex soll auch mehr Personal kriegen. Und ich denke, da wird so eine Strategie klar, denn von der Leyen will ja, ich glaube im Mai, ein Konzept vorlegen für so ein europaweites Flüchtlingsmigrationsasylkonzept. Und da ist halt diese Zerrissenheit, da sind die einen Staaten, die total blockieren, Ungarn, Polen und es sind die anderen, die was machen wollen. Und sie versucht jetzt, glaube ich, erstmal jene zu beruhigen, die sich Sorgen machen, um diese Grenze dahin zu gehen, Frontex zu bezahlen, Frontex aufzurüsten, um zu sagen, hey, wir haben was getan für die Sicherung der Grenze. Bitte, jetzt bitte kommt uns auch entgegen und macht was bei der Verteilung und Aufnahme der Geflüchteten. So, die Frage ist, ob das aufgeht, ob Ungarn und Polen da weich werden, mit sich reden lassen oder was ich glaube, dass man da mehr Druck ausüben muss, dass man auch auf Polen und Ungarn einfach finanziellen Druck ausüben muss. So nach dem Motto, wenn ihr euch an diese Werte nicht haltet und da nicht ein bisschen mitspielt jedenfalls, dann gibt es halt weniger Geld. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, ja, das ist natürlich Realpolitik, was Ursula von der Leyen da versucht. Sie ist natürlich als Kommissionspräsidentin in der wahrlich nicht beneidenswerten Situation, irgendwie das ganze Spektrum der Positionen in der EU mitnehmen zu müssen. Sie muss vermutlich auch Ungarn und Polen irgendwie mit an Bord halten, denn wer will schon den nächsten EU-Austritt oder wer will schon eine völlige Blockadehaltung. Auf der anderen Seite ist der Preis extrem hoch, finde ich, den wir zahlen, denn schon heute spielen sich im Mittelmeer unmenschliche Szenen ab. Schon heute spielen sich an dieser Grenze, ja, Griechenland, Türkei, unmenschliche Szenen ab. Und die Regierung Europas schauen zu, oder Philipp, du hast es gesagt, die Regierung Europas beglückwünschen Griechenland. Die Regierung Europas schaffen mit Frontex eine Truppe im Mittelmeer, die sich nun wahrlich nicht immer als Retter betätigt, sondern ganz im Gegenteil mitunter Menschen von der sogenannten libyschen Küstenwache retten lässt, retten in Anführungsstrichen, weil die Menschen dann zurück nach Libyen gebracht werden und da teilweise gefoltert werden. Mit anderen Worten, was wir da tun als Europa ist heute schon ausgesprochen dramatisch. Und ich finde ehrlich gesagt, was ist denn da eigentlich mit uns los, dass wir das geschehen lassen in Europa? Ist denn so ein syrisches Menschenleben, ist ein afrikanisches Menschenleben etwa weniger wert als ein europäisches? Wollen wir weiterhin Menschenleben opfern, nur weil manche meinen in Europa, diese Menschen sollten lieber nicht ins Land oder überhaupt erst mal wieder an Land. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist ein gruseliger Tribut, den wir als Europäer heute schon zahlen. Ein gruseliger Tribut an die AfD und die ganzen anderen Rechtsextremisten. Eben, du hast es gesagt, Philipp, zum Beispiel in Polen und Ungarn, eine krasse Verschiebung des Diskurses hin in die Unmenschlichkeit. Ich meine, was ist denn da los? Dass der bloße Fakt, dass Menschen, die nicht in Europa geboren sind, in Europa leben, uns verkauft wird als echte Katastrophe, die man verhindern müsse, indem man Menschen zu Tode kommen lässt. Was ist denn da los? Das ist doch Wahnsinn. Ja, und ich wiederhole mich da, aber ich finde es halt doppelt schade und bedauerlich, weil die Zeit gewesen wäre, das Know-how da wäre und auch das Geld da ist, um eine Grenze zu etablieren, an der Leute ankommen können und schnell eine Antwort darauf kriegen, ob sie hier reinkommen oder nicht. Naja, und die Antwort ist jedenfalls bei jedem Syrer ja. Du kannst einfach keinen Syrer zurückschicken. Die kriegen alle jedenfalls subsidiären Schutz und dann kannst du die Grenze auch aufmachen. Jedenfalls, wenn klar ist, dass auf der anderen Seite nur Syrer stehen. Also da muss man schon ganz klar sagen. Aber was heißt aufmachen? Ja gut. Naja, also dann machst du jetzt einen Schreibtisch hin und dann sollen die Leute halt ihren syrischen Pass auf den Tisch legen oder wenn die den nicht dabei haben, kommt ja auch oft genug vor, dann sprichst du halt mit denen und dann hörst du mal, was sie für ein Arabisch sprechen. Aber gut, aber wenn diese Umfragen da in der Türkei halbwegs valide sind, dann sind das nicht die Massen, die nach Europa wollen, sondern die sind in der Türkei. Ja, das ist ja auch wunderbar, weil es gibt ja eben ein paar, die an der Grenze stehen. Ja, aber das sind ja nicht viele. Ja, naja gut, dann müssen die halt, dann müssen die ja rein und dann müssen die in Europa verteilt werden. Ja, aber du sagst doch gerade, Ursula von der Leyen beglückwünscht die Griechen dafür, dass sie die Grenze zumachen. Weil das ihre Strategie ist, weil das ihre Strategie ist, zu symbolisieren, wir machen die Grenzen dicht, wir halten die Kontrolle, wir haben eine stabile Außengrenze, das soll irgendwie jetzt etabliert werden, damit sie dann für ihren Plan, den sie da irgendwann vorstellt, auch sagen kann, wir haben dafür gesichert, jetzt sorgen wir dafür, dass da irgendwie das gleich auch verteilt wird. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Tja, also ich finde das einfach krass, wie Europa heute schon seine eigenen humanitären Standards über Bord wirft, nicht? Im Grunde haben doch da irgendwie Orban und Trump schon gewonnen, oder Philipp, die so argumentieren, die Zeit der Menschenrechte ist vorbei, wie du hast es eben gesagt, wir brauchen keine Grenzschützer, wir brauchen Soldaten und so weiter. Genau, also wenn, wie gesagt, wenn diese Werte über Bord geworfen werden, dann glaube ich, und das zeigt sich da halt, dann haben Leute wie Trump und Orban gewonnen, die sagen, wir können uns diese ganze guten Menschen, das ganze Gutmenschentum, diese Menschenrechte, diese auferlegten, ich paraphrasiere, die selbst auferlegten Restriktionen und den Schutz anderer nicht mehr leisten. Das ist einfach kalter Kaffee von gestern, wir ziehen Zäune hoch und wer da rüber wird, rüberklettert, wird abgeschossen. So, das ist ja letztlich die Logik und darauf muss man eine Antwort finden und die Möglichkeit ist nach wie vor da, ich finde, man muss jetzt eben mit der Türkei reden und so ein Deal mit all seinen Nachteilen, die er hatte, aber doch wieder hochziehen und dafür sorgen, dass eben viele auch in der Türkei bleiben. Und es ist ja nicht so, dass die da alle ein übles Leben fristen, sondern viele, für viele hat sich da die Situation verbessert. Viele Kinder können zur Schule gehen, in den Kindergarten gehen, Leute kriegen so ein bisschen Geld überwiesen, von dem sie irgendwie leben können einigermaßen. Also, das ist jetzt, diese sechs Milliarden, die gehen ja nicht durch den Schornstein. Und in Syrien glaube ich, das ist ja das Letzte, was jetzt ansteht, wie gesagt, diese Waffenstillstand oder Waffenruhe wurde erstmal vereinbart, aber ich glaube, da kommt man auch an Sanktionen für alle, die da auf russischer und syrischer Seite für den Terror gegen die Bevölkerung verantwortlich sind, nicht vorbei. So, das, anders kommt man da glaube ich nicht voran und gleichzeitig sollte die EU eben auch unter anderem vielleicht mit der NATO für eine Schutzzone in Idlib sich einsetzen, die dann nicht von der Türkei oder Russland überwacht wird, sondern von einer internationalen Truppe und dazu parallel, dazu muss es halt Hilfsgüter in die Region geben. Das ist das alte Stichwort Fluchtursachenbegriffen, dass man also diesen Terror von Assad gegen seine eigene Zivilbevölkerung versucht zu beenden, womit wir quasi wieder am Anfang unseres doch etwas tristen Blocks zum Thema humanitäre Lage an der Südostgrenze Europas kommen, Philipp. Aber blicken wir doch mal ins Inland, wie geht denn die große Koalition bei uns in Deutschland mit der Herausforderung Integration um? Ja, also da gab es diese Woche diesen Integrationsgipfel, das ist jetzt nichts furchtbar Neues, das gibt es schon seit 2006, da treffen sich regelmäßig einmal im Jahr Politik- und Migrationsverbände und naja, das ist immer so ein bisschen, fand ich, so ein Lackmus-Test, wo stehen wir denn eigentlich gerade, wie verläuft so die Debatte, die großen Beschlüsse werden da häufig nicht gefasst, aber das ist so ein Gradmesser für die Diskussion und das fand ich halt in dieser Woche ganz interessant. Also Merkel hatte halt der Vorstellung einer ethnisch und religiös homogenen Gemeinschaft eine Absage erteilt, das muss man sich auch mal zu Gemüte führen, sie sagt, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass wir mit der Vorstellung leben, dass wir in einer ethnisch und religiös homogenen Gesellschaft leben. Ja, und Ergebnis ist, ein Kabinettsausschuss, der sich mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen soll, Annette Wittmann-Maunz von der CDU-Staatsministerin für Integration hat gesagt, Rechtsextremismus sei derzeit die größte Gefahr in unserem Land und sie stellte so einen Maßnahmenkatalog vor, verlangte flächendeckendes Rassismusbarometer, weiß ich nicht, was das heißt, aber irgendwo wahrscheinlich eine Art, das Ausmaß zu messen, mehr interkulturelle Weiterbildung und eben ein Hilfstelefon, Rassismus, wo man sich also als Opfer von Rassismus zentral melden kann. Die Migrantenverbände, die hatten noch einen Masterplan Rechtsextremismus gefordert, der noch ein bisschen weiter ging, wie zum Beispiel Antirassismus und Demokratieförderung im Grundgesetz zu verankern. Das finde ich ja eigentlich auch einen guten Plan, weil dann zum Beispiel diese Debatte, haben auch Hörer geschrieben, ja, wie sollen wir uns denn in der Schule verhalten, wir sind Lehrer und Neutralität verpflichtet. Wenn das im Grundgesetz steht, ja, wir sind zur Rechtsstaatlichkeit gegen Rassismus und für Demokratie verpflichtet, dann gibt es dann keine Missverständnisse mehr über Neutralität, AfD, ja, nein. Also da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt gar nicht diese Forderung nach Antirassismus und Demokratieförderung im Grundgesetz quasi in Bausch und Bogen verdammen. Aber Rassismus ist heute schon glasklar grundgesetzwidrig. Wir haben heute schon in Artikel 3 des Grundgesetzes ein Diskriminierungsverbot. Natürlich kann man alles immer noch ein bisschen deutlicher ins Grundgesetz schreiben, aber im Kern ist es auch heute schon geltendes Verfassungsrecht. Und auch heute schon kann man zentralen AfD-Thesen, ja, die die Menschen unterschiedlich wertvoll finden, je nachdem, was diese Menschen für eine Hautfarbe haben oder welchen Geburtsort sie im Pass stehen haben, kann man eine glasklare Absage erteilen. Das ist auch heute schon mit Grundwerten unserer Verfassung, auch mit der Menschenwürdegarantie nicht vereinbar. Und insofern würde ich da jede Lehrerin und jeden Lehrer ermuntern, unter Berufung auf das Grundgesetz in aller Deutlichkeit zu sagen, dass die AfD diesen Anforderungen nicht entspricht in zentralen Punkten ihrer Programmatik. Also ich fand übrigens ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, ein ganz interessanter Beitrag diese Woche in der FAZ, die nämlich mal eine ganze Reihe von Formulierungen von Vertreterinnen und Vertretern, ich glaube es sind fast alles Männer, der AfD zusammengestellt hat, einen Beitrag von Justus Bender, wo man eine wunderbare Argumentationshilfe bekommt, warum eigentlich die AfD nicht fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Jedes einzelne dieser Zitat ist schockierend und eben mit den Werten unserer Verfassung ganz sicher nicht vereinbar. Haben wir in den Shownotes verlinkt mit anderen Worten, da kann man sich bedienen und zum Beispiel als Lehrerin oder als Lehrer sagen, also eine Partei, die sowas vertritt, dergegenüber kann man nicht neutral sein. Gerade in einem Unterricht, der eben auf die Werte unserer Verfassung verpflichtet ist. Das steht ja heute schon in allen Schulgesetzen. Also ich fand insgesamt, dass da dieser Eindruck sich so ein bisschen verfestigt, den wir ja auch in den letzten Lagen schon hatten, dass dieser Begriff Rassismus und das Problem Rechtsextremismus jetzt wirklich auch in den politischen Eliten, in den Debatten angekommen ist und in seiner Bedeutung zumindest verbal Niederschlag gefunden hat. Und was das dann im Einzelnen in den Taten und Gesetzen heißt, das muss man abwarten, zum Beispiel dieses Demokratiefördergesetz, das kommt nicht so recht vom Fleck, das ist eine Idee von der Familienministerin Giffey. Also wir haben es auch schon gesagt, zwar finanziert der Bund Programme zur Demokratieförderung und Extremismusprävention jedes Jahr mit so einem dreistelligen Millionenbetrag, aber diese Förderungen für so Programme wie Demokratie leben und so, die sind eben befristet, das schreibt der Bundesrechnungshof vor und das macht natürlich die Arbeit für die geförderten Projekte extrem schwierig. Ja dazu, kleine Ergänzung dazu, wir hatten das Thema ja schon mal, weil ich ja im November war es glaube ich mal auf einem Panel saß mit dem zuständigen Menschen aus dem Ministerium, der das Programm Demokratie leben verwaltet als Referatsleiter, der das so ein bisschen genauer erklärt, also der Ärger mit dem Bundesrechnungshof ist nur ein Symptom, weil der Bundesrechnungshof ja keine eigene Entscheidungsgewalt dafür hat, wie Geld ausgegeben wird. Der Bundesrechnungshof kann eben nur auf die Einhaltung von Vorschriften pochen und das Problem ist, dass der Bund leider nur die Kompetenz hat für Pilotprojekte, weil Bildung eigentlich Ländersache ist und die Länder haben dem Bund bislang nur zugestanden, dass er so zwei, drei Jahre irgendwelche Pilotprojekte fördern kann und danach ist immer die Frage, übernimmt das Land jetzt dieses Programm oder muss das wieder eingestampft werden, das ist der totale Wahnsinn. Ja, da werden irgendwelche Bildungsstellen, Bildungsstätten aufgebaut und nach drei Jahren geht dann das Licht wieder aus. Und die Idee von diesem Demokratiefördergesetz ist eben, dass solche Projekte dauerhaft gefördert werden können, wahrscheinlich müssten die Länder da zustimmen und so, aber das ist zumindest die Idee. Das wäre quasi eine Anschlussfinanzierung. Dass es also dauerhaft solche Projekte gibt, Seehofer Innenminister ist offenbar sogar dafür, aber die Unionsfraktion sträubt sich dagegen mit der Begründung, die Maßnahmen müssten eben immer auf ihre Wirksamkeit und die Projekte auf ihre Wirksamkeit geprüft werden und deswegen sei so eine Befristung eben sinnvoll. Ja gut, das ist ja immer so bei öffentlichen Förderungen, dass die nicht bis zum Nimmerlandstag vergeben, das ist wirklich ein Scheinargument, selbstverständlich sind die immer befristet, die Frage ist, gibt es überhaupt die Chance auf eine Anschlussförderung oder ist nach drei Jahren zwingend Schluss? Ist default sozusagen, ja ihr kriegt eine Anschlussförderung, ihr werdet geprüft und im Fall des Falles endet es halt oder so, das ist natürlich schon eine andere Voraussetzung und was man in dem Kontext auch erwähnen muss ist, Deutschland ist nicht nur jetzt verbal ein Einwanderungsland, sondern eben seit ein paar Monaten auch noch stärker gesetzlich verankert, also es gibt ja, haben wir auch schon drüber gemütlich gesprochen letztes Mal, als die Eckpunkte genannt wurden, aber jetzt ist es eben Gesetz, mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland, seit Anfang gibt es das Beschäftigungsduldungsgesetz, erleichtert also Betrieben auch Flüchtlinge, die nur geduldet sind als Azubis und Mitarbeiter einzustellen und eben längerfristig hier zu behalten und seit 1. März gibt es eben auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz als zweiten Teil dieses Pakets, wo eben Fachkräfte aus nicht EU-Ländern leichter nach Deutschland einreisen können, um hier zu arbeiten, Voraussetzung ist natürlich, sie brauchen eine qualifizierte Berufsaufbildung, die so ähnlich ist wie die in Deutschland und das ist halt eine riesen Hürde, weil das eigentlich sonst kein anderes Land irgendwie hat. Unter bestimmten Umständen dürfen die Fachkräfte aber auch kommen, um hier eine Stelle zu suchen. Gut, ich meine, wir haben dieses Gesetz schon mal ganz ausführlich besprochen in der Lage, da können wir jetzt in dieser Stelle quasi auf eine frühere Folge verweisen. Was vielleicht noch ganz wichtig ist in diesem Kontext, das hilft natürlich all den Menschen nicht, die aus humanitären Gründen nach Deutschland flüchten. Das ist das große Problem, Stichwort Spurwechsel. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hilft nur Menschen, die quasi schon mit diesem Ziel nach Deutschland gehen. Das hatten wir auch damals diskutiert, dass eben der Spurwechsel, dass ein Mensch, der als Refugee in Deutschland ist, jetzt quasi nach den neuen Regeln in Deutschland bleiben kann. Das geht so ohne weiteres nicht. Klar, ist auch in vielen anderen Ländern so, du kannst in den USA auch nicht von einem Visa-Status in den nächsten wechseln, das machen viele Länder so. Aber das hat natürlich enorme Konsequenzen, weil dann Menschen möglicherweise Deutschland verlassen müssten, die unmittelbar wieder einreisen könnten, weil sie die Voraussetzungen eines anderen Gesetzes erfüllen. Dann war diese Woche noch ein kleines Update unter dem Motto, war abzusehen, aber schön, dass es die Behörden und die Ministerien jetzt auch einsehen. Es gab ja das Klimapaket und das, was verabschiedet wurde im letzten Herbst und da hatten wir und andere ja auch kritisiert, dass dieses Klimaschutzprogramm 2030 nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen. Die Ziele waren ja, 858 Millionen Tonnen wurden 2018 an CO2, an Treibhausgasen ausgestoßen und es sollten also im Jahr 2030 nur noch 543 Millionen Tonnen sein. Also es musste 315 Millionen Tonnen irgendwie eingespart werden bis 2030. Das sollte dieses Gesetzespaket liefern. Jetzt haben also zwei Gutachten wurden erstellt im Auftrag, das eine des Bundeswirtschaftsministeriums und das andere wurde vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben. Und der Spiegel berichtet jetzt also vorab, dass beide Studien zu dem Ergebnis kommen, dass das Klimaschutzprogramm 2030 nicht ausreichen wird, um diese Emissionsziele zu erreichen. Bei Industrie und Energiewirtschaft, da sieht es noch relativ gut aus, unter günstigen Annahmen und günstigen Bedingungen schaffen die das. Aber Gebäudebereich und vor allen Dingen Verkehr wird dieses Ziel um 30 bis 33 Millionen Tonnen verfehlen. So und das ist jetzt nichts Neues, wie gesagt, das war abzusehen, aber es ist schön, dass jetzt auch nochmal regierungsamtlich zu Papier gebracht wurden wohl. Und dieses Strategiepapier aus dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium, was der Spiegel hat und aus dem es zitiert, geht wohl davon aus, dass es im April, also was haben wir jetzt, Anfang März, also irgendwie einen Monat, anderthalb nochmal eine Sitzung des Klimakabinetts geben soll, also einer Unterabteilung, wenn man so will, des Bundeskabinetts, das dann guckt, wie diese Ziele dann doch noch erreicht werden könnten und wie das Gesetz, so verstehe ich das zumindest, nachgebessert werden könnte. Ja, soviel zu der, doch nach wie vor nicht wirklich überraschend, aber jetzt immerhin noch quasi doppelt regierungsamtlich festgestellt, mageren Bilanz dieses sogenannten Klimaschutzpakets. Wir haben noch ein Update zur vergangenen Folge und zwar nochmal zum rechtsextremen Terroranschlag in Hanau und insbesondere zu dem Stichwort Say Their Names. Es gab in der letzten Woche eine Debatte zu diesem Anschlag im Deutschen Bundestag und wir hatten in der Folge moniert, dass die Namen der Getöteten, also die Namen der Opfer, keine hinreichende Rolle gespielt haben in der bisherigen Berichterstattung. Da gab es zum einen quasi die pauschale Erwiderung in den Kommentaren zur vergangenen Folge, dass das in diesem Fall nicht zutreffe, also die Namen seien doch vielfach genannt worden. Was natürlich, wenn das so ist, also das hat dann vielleicht in meiner Bubble nicht so richtig funktionieren, wenn das so ist, umso schöner, vor allem, aber hatten wir natürlich eigentlich vor, die Namen vorzulesen und haben das schlicht vergessen, das muss man offen sagen, wir hatten das vorgesehen im Pad, haben wir kritisiert. Mots, Mots, Mots. Das andere, das nicht machen, hatten die, hatten den Gorki-Newsletter dafür gelobt, dass er sie genannt hat und haben es dann selber nicht getan, das wollen wir an dieser Stelle mal nachholen, Philipp. Also Ferhat Unvar, Gökhan Gultikin, Hamza Kutovic, Said Neza Hashimi, Mercedes Kirpatsch, Sedat Görbüs, Carlo Jan Velko, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu und die Frau R, die Mutter des Täters. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen ausgesprochen, wenn nicht, bitte ich um Nachsicht. Das sind die Menschen, die ermordet wurden. Ja, eine gute Nachricht außerdem, die Polizei spricht nicht etwa, wie es früher häufig vorkam, von Fremdenfeindlichkeit. Ein Begriff, den man sich mal schenken kann, weil es ja gerade nicht um Fremde geht. Wer von Fremdenfeindlichkeit redet, übernimmt im Grunde das rassistische und feindliche Framing der Attentäter. Ja, deswegen darf man diesen Begriff nicht mehr verwenden. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Polizei inzwischen auch von Rassismus spricht, was eben ganz genau tatsächlich die Ursache dieser barbarischen Tat war. Ein weiteres Feedback betrifft einen, muss man einfach sagen, einen Versprecher oder eine sprachliche Ungenauigkeit von mir aus der letzten Folge. Ich hatte nämlich irgendwann davon gesprochen, der Täter habe einen Waffenschein gehabt. Das ist falsch. Er war Inhaber einer sogenannten Waffenbesitzkarte. Wo ist da der Unterschied? Philipp, der Waffenschein ist mehr. Ja, der Waffenschein bedeutet führen einer Waffe in der Öffentlichkeit. Also dürfen nur ganz wenige, besonders gefährdete Personensicherheitsdienste, Geldtransporter, sodass also die Waffe wirklich sichtbar ist in der Öffentlichkeit. Oder meinetwegen auch unterm Sakko. Aber du darfst damit rumlaufen. Bei der Waffenbesitzkarte ist das nämlich anders. Das ist das, was typischerweise Sportschützen haben oder auch Jägerinnen. Die dürfen eine Waffe tatsächlich besitzen. Deswegen heißt das Ding Waffenbesitzkarte. Das ist aber in strenge Auflagen geknüpft. Insbesondere müssen sie zu Hause zum Beispiel Waffenschränke haben oder andere Modalitäten für eine sichere Aufbewahrung. Und in der Öffentlichkeit und beim Transport dürfen die Waffen gerade nicht schussbereit sein. Aber natürlich, das heißt, die kann man dann immer nur irgendwie gut verpackt und auch zum Beispiel Waffen und Munition getrennt transportieren. Und dann zum Beispiel in einem Schießstand oder wenn man einen Jagdschein hat, im Wald auspacken und da irgendwie auf die Jagd gehen. Aber ich meine, klar ist auch, wer Waffen besitzen darf, der kann sie natürlich auch rein technisch für Amokläufe missbrauchen. Das ist völlig klar. Also muss man auch sagen, es gab zu Hanau jetzt auch eine Debatte im Bundestag, also wo auch der Opfer gedacht wurde, wo auch, finde ich, sehr offen die rassistischen Motive benannt wurden, wo auch der Fraktionschef der Unionsfraktion eindeutig gesagt hat, dass derzeit Rechtsextremismus und Rassismus die größte Bedrohung für den Staat sind. Also man muss dann immer abwarten, was das für Folgen hat in Taten und Gesetzen und Handlungen. Aber ich finde, der erste Schritt ist, das verbal anzuerkennen und die Punkte zu machen. Und da sind wir, finde ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, und das betrifft ganz besonders auch die Unionsfraktionen, wo das ja, wie soll ich sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer schwierig war. Wir hatten ja spätestens seit Anfang der 90er Jahre immer wieder rassistische Übergriffe in Deutschland. Und das so in dieser Deutlichkeit wirklich zu kritisieren und insbesondere auch Rassismus als Ursache zu benennen, das sehe ich als deutlichen Fortschritt, gerade bei der Union. Und das zeigt vielleicht, das ist jedenfalls die Hoffnung, die ich ausdrücken möchte, dass in unserer Gesellschaft, Philipp, du hast es eben angedeutet, da jetzt so ganz langsam ein Umdenken einsetzt und wir uns vielleicht wirklich konsequent den Ursachen des Rassismus zu wenden und denen ähnlich verdammen, wie wir zum Beispiel, glaube ich, im Konsens Antisemitismus verdammen. Jetzt blicken wir nochmal in die USA. Wir wollten das in den vergangenen Wochen, haben wir das immer schon überlegt, machen wir das, machen wir das nicht. Aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, wo wir uns das mal angucken müssen. Und zwar geht es jetzt nicht primär um Donald Trump, sondern wir haben ja am 3. November die Wahlen des US-Präsidenten. Und in den Vorwahlen werden immer die Präsidentschaftskandidaten der jeweiligen Partei festgelegt. Das ist jetzt bei den Republikanern relativ klar, ist halt Trump. Aber im Wesentlichen geht es jetzt bei den Vorwahlen auch darum, wer tritt denn gegen Trump an? Wen setzen die Demokraten auf ihr Ticket? Also man muss dazu fairerweise sagen, formal ist es auch bei den Republikanern nicht klar. Es gibt sogar einen Gegenkandidaten. Allerdings ist der derart chancenlos gegen The Donald, dass in einigen Bundesstaaten die Vorwahlen sogar schon abgesagt wurden, wegen offensichtlicher Absurdität. Aber klar, deswegen, Philipp, hast du natürlich im Ergebnis recht. Besonders spannend sind die Vorwahlen bei den Demokraten. Vom 3. Februar bis zum 6. Juni werden mittelbar die Präsidentschaftskandidaten der beiden großen Parteien festgelegt. Mittelbar deswegen, weil in diesen Vorwahlen, ähnlich wie später auch bei der Präsidentschaftswahl, eben nur die Delegierten gewählt werden für einen sogenannten Nominierungsparteitag. So eine Party Convention. Und erst auf diesem Nominierungsparteitag wird dann tatsächlich der Kandidat oder die Kandidatin nominiert. Das heißt also, um auf diesen Nominierungsparteitagen aufgestellt zu werden, müssen die Bewerberinnen und Bewerber in Vorwahlen in allen Bundesstaaten genügend Delegierten Stimmen zusammentrommeln. Genau, der ist am Mitte Juli bei den Demokraten. Und da ist es so, wer hier im ersten Wahlgang eine Mehrheit bekommt, bei den Demokraten sind es 1991 Delegierten Stimmen, ist also Präsidentschaftskandidat dieser Partei. Genau, und im zweiten Wahlgang wäre dann noch 771 Superdelegierte wahlberechtigt. Die werden nicht durch eine Vorwahl bestimmt, sondern das sind Funktionäre und Amtsträger der demokratischen Partei. Und die sind auch nicht, glaube ich, an ihre Stimme gebunden. Die Leute... Diese Superdelegierten. Ich glaube, die Delegierten, die jetzt gewählt werden in den Vorwahlen, sind sozusagen, glaube ich, recht eng verpflichtet, dann auch wirklich für den Kandidaten zu stimmen. Also es ist ja so, du hast in den Bundesstaaten diese Vorwahlen und in jedem Bundesstaat ergattern die Kandidaten der Demokraten bestimmte Delegierten Stimmen, sozusagen. Und mit denen ziehen sie dann auf diesen Parteitag. Und die Delegierten Stimmen, die sie da gewinnen, diese Delegierten müssen dann aber auch im Zweifel für sie stimmen bei diesem Parteitag, während diese Superdelegierten, glaube ich, auch sich entscheiden können, für die eine oder andere Person zu stimmen. Ja, bei den Superdelegierten ist das ja klar. Die ja nicht gewählt werden. Die sind ja nur Veramter drin. Das heißt, also die gehen quasi von vornherein ohne ein Ticket in diesen Nominierungsparteitag, kommen aber auch erst im Zweiten Wahlgang im Zuge. Und die normalen gewählten Delegierten, also ich kann das mit der Bindung nicht sicher sagen, Philipp. Nur der Punkt ist, es fallen ja auch immer noch Leute aus dem Rennen. Das stimmt. Die sind ja wohl dann hoffentlich frei. Ja, also das lassen wir jetzt mal offen. Da wollen wir jetzt mal festlegen. Jedenfalls ist das im Groben das Prinzip und der Einfluss der einzelnen Bundesstaaten hängt halt von der Einwohnerzahl ab. Also Kalifornien mit Abstand größter Bundesstaat schickt ganze 415 Delegierte, North Dakota nur 14. Wobei es aber so ist, dass, also ich glaube, Sanders hat jetzt in Kalifornien gewonnen, der kriegt ja nicht alle 450 Delegierten. Nee, das geht proportional. Das heißt also, die Delegierten eines Staates werden proportional nach den Stimmanteilen in der Vorwahl vergeben. Und so wird dann eben diese große Versammlung mit über 4000 Menschen zusammengesetzt, die dann letztlich die Entscheidung trifft. Die spannende Frage ist für die Demokraten natürlich ganz offensichtlich, welcher Kandidat, welche Kandidatin ist in der Lage, Donald Trump zu schlagen. Das Rennen ist noch offen. Allerdings war jetzt am Dienstag der sogenannte Super Tuesday, wo also am 3. März in 14 Bundesstaaten, unter anderem in dem sehr großen Bundesstaat Kalifornien, eben Vorwahl abgehalten wurden. Außerdem das US-Außengebiet Samoa. Und dann konnten die Demokraten im Ausland wählen, unter anderem auch die Demokraten in Deutschland. Ich habe mich da vor einiger Zeit mal mit einem Demokraten getroffen, also mit einem Amerikaner, der für die Demokraten, für die Democrats abroad das organisiert. Das war ganz spannend zu erfahren, wie das funktioniert. Und im Ergebnis führt es dazu, dass jetzt nach diesem Super Tuesday schon 40 Prozent der Stimmen für den Nominierungsparteitag vergeben sind. Das heißt, das Rennen ist nicht ganz gelaufen. Aber es geht doch sehr, sehr deutlich in eine Richtung. Biden liegt in Führung und Bernie Sanders hinter ihm und alle anderen sind weit abgeschlagen. Philipp, was hat es denn mit diesen beiden Kandidaten auf? Naja, Joe Biden war halt Vizepräsident unter Barack Obama. Ganz lustig, die Freundschaft von Obama und Biden wird in der Wikipedia als Musterbeispiel einer Bromance genannt. Bromance ist so ein Kunstwort aus Brother und Romance. Also so eine ganz enge Liebe zwischen Männern, die aber keine sexuelle Konnotation hat. Und deswegen hat er sehr viele Stimmen bekommen von schwarzen Latinos, weil ihm das sehr hoch angerechnet wird, diese Zeit mit Obama. Und er steht halt für einen sehr moderaten, würde ich mal denken, Kurs. Reformen allenfalls so innerhalb des Systems. Obamas Gesundheitsreformen gut, ein bisschen ausbauen, aber keine revolutionären Ideen. Und im Wesentlichen hat er auch im Grunde so eine Art restauratives Programm, wenn es nämlich darum geht, Würde und Ansehen der amerikanischen Nation wiederherzustellen, wie das so schön heißt. Ja, das ist eine Formulierung der Süddeutschen Zeitung. Das soll wohl im Wesentlichen heißen, dieses einseitige und sehr auf Machtgewinn ausgerichtete, gerade außenpolitische Handeln von Donald Trump so ein bisschen zu relativieren, die USA quasi zurückzuführen in die Weltgemeinschaft und auf den Kurs eines eher multilateralen und auf Ausgleich bedachten Agierens auf der Weltbühne. Dann haben wir Bernie Sanders, finde ich natürlich mit der interessanteste Kandidat. Ist nicht mehr der Jüngste, 78 Jahre. Ist nicht mehr 78 Jahre, aber hier Joe ist glaube ich auch 77 oder sowas. Beide nicht die Jüngsten. Beide nicht die Jüngsten. Bernie ist ein Urgestein, politisches Urgestein, seit ewigen Zeiten Senator. Und der gilt für US-Verhältnisse als sehr links, bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten. Gemessen an seinem Programm würde man in Deutschland vielleicht ihn eher als Sozialdemokrat bezeichnen. Ja, aber das ist natürlich, wenn man weiß, wie das amerikanische politische Spektrum so liegt, da ist halt alles einfach einen ganz gewaltigen Satz weiter nach rechts gerückt oder konservativer. Natürlich alles immer nur bedingt vergleichbar. Aus deutscher Perspektive jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär. Er fordert als ganz zentrale Idee eine staatliche Krankenversicherung für alle. Ja, wobei die, wenn ich das richtig verstehe, aber steuerfinanziert wäre. Ja, das ist dann schon noch mal anders als in Deutschland. Also, dass du wirklich eine staatliche Krankenversicherung hast. Ja gut, ich meine, bei uns ist sie halt beintragsfinanziert, aber ja auch Pflicht. Also jedenfalls für alle abhängig Beschäftigten. Also für die Amerikaner wäre das eine absolute Revolution, wenn sie das hinkriegen würden. Und das würde aus unserer Sicht natürlich für viele einen riesen Vorteil bieten. Ist ein bisschen unklar, wäre natürlich sauteuer. Aber das ist auf der einen Seite, aber man würde halt auch viel Gerechtigkeit wahrscheinlich dafür bekommen und weniger Ungleichheit. Aber das ist eine der zentralen. Also mal ganz ehrlich, Philipp, da könnte man auf der anderen Seite eine Menge Geld einsparen. Zum Beispiel bei der Kriminalitätsbekämpfung. Das ist doch eine Binsenweisheit, dass Armut eben sehr häufig oder ganz generell schlechte soziale Verhältnisse, schlechte Bildung, dass die eben sehr häufig auch zu Kriminalität führt. Also da könnte man auf der anderen Seite eine Menge Geld einsparen. Aber Philipp, du hast es schon angedeutet, Bernie gilt halt vielen Amerikanern als ziemlich extrem. Und das führt uns zu der zentralen Diskussion, die jetzt auch gerade bei den Demokraten geführt wird, nämlich der Diskussion um die sogenannte Electability. Ja, also die Wählbarkeit auf Deutsch, die Chancen, sich gegen Donald Trump durchzusetzen. Kann sich denn die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich für Bernie erwerben? Das ist die Frage. Also er hat natürlich seine feste Followerschaft. Er hat ein Riesen-Netzwerk, viele Spenden, unglaubliche Graswurzelorganisationen. Ja, das ist echt das Stichwort. Denn also die großen Industrieverbände und auch andere große Lobbyorganisationen können mit ihm gar nichts anfangen. Haben alle Angst vor ihm. Aber deswegen muss der seine Kohle wirklich an der Basis einsammeln. Das heißt also, der Wahlkampf von Bernie Sanders wird wirklich mit 1 Dollar, 2 Dollar, 5 Dollar Spenden finanziert. Auf der anderen Seite, also man sieht schon, der hat einfach sehr, sehr viele Menschen eine ganz breite Followerschaft. Auf der anderen Seite sorgen sich gerade so Menschen in der Elite der demokratischen Partei, er sei zu extrem, er vertrete zu viel Staat. Weil es ja bei der Wahl letztlich, also die Demokraten stehen ja vor der Wahl. Wählen wir das Richtige oder wählen wir Trump ab? Das ist so ein bisschen die Frage. Machen wir jetzt inhaltlich, machen wir uns das reine Programm? Wählen Bernie, riskieren aber, dass viele unentschiedene Wähler, die vielleicht noch nicht wissen, ob sie jetzt Demokraten oder Republikaner wählen, im Zweifel bei Bernie die Flucht antreten, weil ihnen das zu sozialistisch, zu links, zu viel Staat ist und dann gar nicht wählen oder Trump wählen. Das ist natürlich das große Risiko. Wir kennen das ja aus dem letzten US-Wahlkampf, dass einer der vielen schmutzigen Tricks, die Donald Trump angewendet hat, war ja die sogenannte asymmetrische Demobilisierung. Auf Deutsch, er hat ganz gezielt versucht, durch Fake News und auch durch andere Propagandamethoden dafür zu sorgen, dass Menschen möglichst zu Hause bleiben, von denen er fürchtet, dass sie demokratisch wählen. Also beispielsweise hat er das sehr erfolgreich gemacht mit Menschen mit kubanischem Migrationshintergrund, die vor allem in Florida leben, ja einer der berühmten Swing States, in dem er denen alle möglichen Lügengeschichten erzählt hat, ich kriege nicht mehr auf die Reihe, welche das waren, die einfach für Menschen mit kubanischem Hintergrund schwer zu ertragen sind. Und dann, sie haben die zwar noch lange nicht Trump gewählt, aber sie sind zu Hause geblieben. Und wenn die Wahl eng ist, und das ist sie ja in den Swing States, in den Wahlen, in den Bundesstaaten, die nach rechts oder nach links kippen können, dann reicht es möglicherweise schon, wenn er einfach ein, zwei Prozent möglicher demokratischer Wähler zu Hause bleiben lässt. Und genau das ist, glaube ich, die Angst der meisten oder vieler Menschen in der demokratischen Partei, dass einfach Bernie Sanders oder die Thesen von Bernie Sanders sich so gut von Trump irgendwie aufgreifen. Instrumentulieren seiner... Ja, oder andersrum formulieren. Die haben so ein bisschen Angst, dass es Trump gelingen könnte, gegen Bernie Sanders zu mobilisieren und zu polemisieren, was dann noch lange nicht dazu führt, dass die Leute ihn wählen. Aber sie bleiben dann halt einfach zu Hause, weil ihnen Bernie Sanders irgendwie dann doch zu links ist und zu kommunistisch oder weißt du nicht mehr. Genau, und da kommt halt Joe Biden ins Spiel, hat halt die staatsmännische Vizepräsidentin zu, hat keine berauschenden Reden gehalten, war bei diesen Debatten, die es da immer gibt, nicht besonders überzeugend. Aber jetzt sind halt ein, zwei, drei, vier von den anderen recht moderaten Kandidaten, die da noch im Feld rumliefen, ausgeschieden, sodass sich die moderaten und eher konservativen Demokraten jetzt auf Bernie geeinigt haben, mehr oder weniger auf Joe Biden geeinigt haben und ihn halt in diesen Vorwahlen vor allen Dingen gewählt haben und ihm jetzt halt diesen Vorsprung da verschafft haben. Ob er das ein Ziel retten kann, ist offen. Aber einer von den beiden wird es werden. Das ist jedenfalls nach heutigem Stand extrem wahrscheinlich. Also ich wüsste nicht, wie dann noch ein weiterer Kandidat aus dem Hut gezaubert werden sollte. Ja, wir kommen zu unserem letzten Punkt und haben noch ein kleines Update für euch vorbereitet zum Stand der Corona-Pandemie. Denn man muss es deutlich sagen, das Virus breitet sich aus. Auch in Berlin sind inzwischen, ich glaube, 13 Fälle bekannt. Und wir sind weiter auf der Suche nach einer vernünftigen Haltung irgendwo zwischen egal und Panik. Beides ist, glaube ich, nicht gut. Weder egal noch Panik ist die richtige Haltung. Philipp, fangen wir an mit so ein bisschen Statistik. Wie sieht es aus? Ja, also weltweit zählt die WHO jetzt über 95.000 Infizierte. Viele davon, muss man sagen, sind aber auch schon wieder gesund. Ja, Zehntausende. Es gibt über 3.200 Tote, Infizierte in 79, 80 wahrscheinlich mittlerweile Ländern. Also wirklich eine globale Pandemie in Deutschland. Die sieht es so aus, dass alle Länder Infizierte haben, bis auf Sachsen-Anhalt. Gibt in Deutschland, Stand heute Morgen, irgendwie 349 Fälle. Also es wären irgendwie 350, irgendwas wird es sein. Die halt infiziert sind. Die Menschen, das hat das Robert-Koch-Institut auch gesagt, haben sich überwiegend in Deutschland infiziert. Also das sind jetzt nicht Leute, die aus dem Ausland hier eingereist sind, sondern die haben sich in Deutschland bei Infizierten angesteckt. Viele sind aber auch davon schon wieder gesund. Dennoch wächst die Zahl. Davon muss man, denke ich, ausgehen, dass es mehr Infizierte geben wird. Die Buchmesse wurde abgesagt. Die ITB, also die internationale Tourismusbörse, Riesentourismusmesse hier in Berlin wurde auch abgesagt. Ich lausche hin und wieder mal in diesem Podcast des NDR mit den Virologen der Charité. Und der sagt, die Labors kommen auch so ein bisschen langsam an die Grenzen der Kapazität. Also die können jetzt nicht beliebig Personal einstellen und neue Maschinen kaufen. Die Reagenzienhersteller, sagt er, kommen auch so ein bisschen an ihre Grenzen. Reagenzien, das sind die Chemikalien, die man für Tests nutzt. Genau, die müssen alle hergestellt werden und ausgeliefert werden und so. Da kommen sie langsam auch so ein bisschen ans Limit. Das ist so ein bisschen der Stand. Wir müssen, denke ich, davon ausgehen, dass es weitergeht. Das sagen alle. Jens Spahn sagt das, Robert Koch-Institut sagt das. Klar, natürlich, wieso das jetzt mit einmal aufhören. Also das ist klar. Ich war letzte Woche in Brüssel, sollte da eigentlich im Europäischen Parlament an so einem Panel teilnehmen. Das fiel dann aus, weil genau am Abend vor dem Panel ein Lockdown verhängt wurde über das Europäische Parlament. Also nur noch Mitarbeitende und Mitglieder des Parlaments dürfen ins Gebäude rein. Und Greta. Es gab eine Sonderveranstaltung mit Greta irgendwie zum EU-Umweltplan. Klima-Klima-Klima-Gesetz, genau. Aber ganz ehrlich, ich finde, dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, dass viele Entscheidungen irrational sind. Also zum Beispiel Großveranstaltungen abzusagen oder Fußballspiele abzusagen, macht ja Sinn, weil das eben Menschenansammlungen sind. Ja, aber das passiert ja nicht. Das passiert. In Italien finden sie ohne Zuschauer statt. Gut. Aber in Deutschland finden sie noch statt. Ja, also das ist nicht so gut. Aber jedenfalls grundsätzlich mal, das macht Sinn, solche Großveranstaltungen abzusagen. Aber dieser Lockdown im Europäischen Parlament zum Beispiel ist totaler Quatsch. Das führt nämlich dazu, habe ich selbst beobachtet. Die Leute kommen dann aus dem Parlament raus und treffen sich in den umliegenden Cafés mit ihren Gästen, weil die Gäste ja nicht mehr ins Parlament dürfen. Das heißt, anstatt, dass drei oder vier Menschen in einem Meetingraum sitzen im Europäischen Parlament, sitzen hunderte von Parlamentariern und deren Staffer in demselben Café und niesen sich alle an. Das heißt, wenn da auch nur einer Corona hat, ist das gesamte Parlament auf einmal krank. Also da muss man ganz ehrlich sagen, natürlich versuchen jetzt alle, wie soll ich sagen, VerantwortungsträgerInnen, versuchen jetzt sinnvolle Maßnahmen zu finden. Aber man sieht auch sehr deutlich, wie mitunter übers Ziel hinaus geschossen wird. Ich denke, Philipp, du hast es angedeutet, jetzt ist auch so ein bisschen einfach gefragt, Ruhe bewahren, sinnvolle Maßnahmen treffen, Großveranstaltungen absagen, aber jetzt nicht irgendwie alle Gebäude schließen. Es sei denn, man sagt halt, wir stellen ganz die Arbeit ein. Aber wie gesagt, Gebäude schließen, sodass die Menschen sich ringsum in Cafés treffen, ist glaube ich nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Aber ich würde schon sagen, und das hat ja der Drosten, dieser Virologe der Charité auch in dem Podcast gesagt, er sagt, also sowas wie Fußballspiele müssen nicht sein. Also das sind ja nicht nur die Stadien. Das ist ja auch die U-Bahn dahinter. Du kannst ja sagen, okay, ist frische Luft und so, ist vielleicht jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber das sind ja die Züge, die U-Bahn. Da kommen ja Tausende. Und das ist ja nicht über das ganze Wochenende geht das. Und das wäre vielleicht so ein Punkt. Natürlich ist das mega unpopulär. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das sagt er, wäre so eine Frage, die man sich echt überlegen sollte, sowas abzusagen. Oder ganz viel Homeoffice ist auch eine Lösung. Homeoffice ist die Lösung. Warum müssen die Leute in stickigen Offices sitzen, wenn sie sowieso im Wesentlichen an ihrem eigenen Laptop arbeiten? Meetings kann man wunderbar verlagern auf irgendwelche Konferenzcalls und so. Das funktioniert nicht für immer. Natürlich müssen Kolleginnen und Kollegen auch irgendwann mal, wie das so schön heißt, face to face. sich gegenüber sitzen. Aber man kann jedenfalls versuchen, möglichst viele im Homeoffice zu lassen. Ich habe auch diese Woche nur ganz wenig in meinem Beruf Zeit verbracht, weil ich einfach denke, ich kann auch anders arbeiten. Ja, und das sind halt relativ kleine Maßnahmen. Man wiederholt sich da. Nicht die Hände schütteln, nicht umarmen, einen, zwei Meter Abstand halten, in die Armbeuge husten oder irgendwo anders hinhusten, Hände waschen, habe ich gesagt. Das sind alles Maßnahmen, die die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Virus von einem Menschen auf den anderen überträgt, extrem minimieren. Und darum geht es. Risik minimieren, damit diese berühmte R-Zahl, also die Zahl, wie viele Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt an, möglichst gering halten kann. Wichtiges Update noch zum Stichwort Wartezimmer. Wir hatten in der letzten Woche diese deutsche Wartezimmer. Wir stecken uns munter gegenseitig an, Kultur kritisiert. Da haben sich ein paar Hausärzte bei uns gemeldet und gesagt, in der Tat, Riesenquatsch dieser Wartezimmer, weil die deutliche Infektionsgefahr in der Tat extrem hoch ist. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Die Lösung, auf die uns einige hingewiesen haben, sind Arztgespräche per Video. Also da gibt es zum einen Anbieter wie zum Beispiel Teleklinik.com, die eine App anbieten, wo man sagt, ich habe die nicht ausprobiert. Nö, ich habe die ehrlich gesagt jetzt durch eine Empfehlung bekommen von einem Arzt, habe ich nicht selber ausprobiert, kann ich also nichts zu sagen, ob die was taugt. Das ist aber immerhin von der Landesärztekammer Baden-Württemberg irgendwie zugelassen, diese App. Und die Idee ist halt einfach, man macht in der App ein paar Angaben und bekommt dann einen Arzt aus einem Pool von Vertrauensärzten zugewiesen. Und dann geht die weitere Beratung eben per Videochat. Dazu muss man aber auch nicht diese App einsetzen. Ein anderer Arzt hat uns darauf hingewiesen, dass inzwischen quasi Arzt-Patienten-Gespräche nicht nur per Telefon zulässig sind, sondern auch per Videochat. Und darüber kann man auch eine Krankschreibung bekommen. Mit anderen Worten, man kann als Arzt mit dem Patienten, der Patientin auch zum Beispiel mit FaceTime-Video telefonieren, wo man sich ja tatsächlich sehen kann. Und auf diese Art und Weise ein verantwortliches Arztgespräch führen. Es kann dann natürlich die Situation eintreten, dass die Medizinerin zu dem Ergebnis kommt, nein, diesen Menschen muss ich live sehen, klar. Aber jedenfalls für einfache Diagnosen wie schwere Erkältung reicht auch eine solche Konsultation. Und das Schöne für Ärztinnen und Ärzte, man kann die ganz normal abbrechen. Denn die beiden Beratungsziffern nach der Gebührenordnung für Ärzte, Ziffer 1, Beratung, auch telefonisch. Oder Nummer 3, eingehende, das gewöhnliche Maß, übersteigende Beratung, auch mittels Fernsprecher. Diese beiden Punkte funktionieren eben auch über einen solchen Videochat. Denn von Telefon oder Fernsprecher ist ja ausdrücklich in der GUE die Rede. Mit anderen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, ermutigt eure Ärztinnen und Ärzte, dass sie euch nicht zwingen, da anzutreten und euch noch weiter anzustecken oder andere Leute anzustecken. Versucht es doch mal mit solchen Videochats. Wie gesagt, es haben uns mehrere Ärzte geschrieben, ist inzwischen rechtlich völlig zulässig. Ja, dann gibt es aber wieder auf der anderen Seite auch so Schilderungen wie Juan Moreno vom Spiegel, der im Prinzip das noch mal selbst erlebt hat, was wir hier mit der Erzieherin aus Berlin auch erlebt haben. Er kam halt aus dem Spiegel, er kam von der Recherche aus Norditalien, aus diesem Krisengebiet, wollte wissen, ob er mit vier Kindern und seiner Frau irgendwie angesteckt ist. Und hat es nicht hingekriegt. Ja, das ist halt so. Aber weißt du, Philipp, ganz ehrlich. Hat sich nicht testen lassen. Also irgendwann nach vier Tagen hat er es geschafft. Ist natürlich blöd. Haben wir letzte Woche ja schon ausführlich gesagt. Klar, natürlich müsste klar sein, wo ich anrufen muss. Aber inzwischen scheint sich da doch einiges gebessert zu haben. Das Robert-Koch-Institut hat eine funktionierende Website. Mehrere Krankenkassen haben kostenfreie Nummern, die auch Menschen anrufen dürfen, die nicht bei diesen Kassen versichert sind. Wie ist heute Morgen der Checkpoint vom Tagesspiegel darauf hin? Also ich denke, ja, mag ja sein, dass es immer noch nicht so ganz einfach ist, jemanden an die Strippe zu bekommen. Aber jedenfalls tut sich da was. Und das finde ich ja die gute Nachricht. Apropos tut sich was, Philipp, die WHO hat sich mal angeguckt, was China gemeint hat. Ja, das ist ein ganz interessanter Bericht. Also den habe ich mir mal durchgelesen, so 20, 30 Seiten PDF. Die haben halt internationale Virologen aus der ganzen Welt mit zusammen mit chinesischen, glaube ich, auf Einladung, weiß ich nicht, aber zumindest natürlich mit Einverständnis der chinesischen Regierung nach China geschickt, um mal so ein Vor-Ort-Assessment, eine Bewertung zu machen. Wie ist das da eigentlich gelaufen? Die sind da durch ganz China gereist und haben mal aufgeschrieben, was sie da gefunden haben, wie das gelaufen ist. Und ein Fazit, was sie gezogen haben, ist halt offensichtlich, dass diese drastischen Maßnahmen, die die Chinesen dort ergriffen haben, mit einer Region von 50 Millionen Leuten einfach abzuregeln, dass sie sagen, diese Maßnahmen haben Hunderttausende davor bewahrt, krank zu werden und entsprechend viele davor bewahrt, zu sterben. Jetzt kann man natürlich sagen, wie misst man Erfolg? Wenn du den Erfolg daran misst und alleine daran misst, wie sehr verlangsamen wir diese Ausbreitung dieser Krankheit, dann scheint dieser Virolog zu sagen, also mit den Maßnahmen, die sie da getroffen haben, haben sie es geschafft, diese Krankheit zu verlangsamen und zumindest erst mal die Infektionszahlen runterzukriegen. Drosten in seinem Podcast sagt, er rechnet damit, dass wenn jetzt die Leute alle wieder anfangen rumzureisen, weil die Wirtschaft wieder losgeht und, 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 dass es dann auch wieder zu einer Explosion der Zahlen kommen wird, weil es natürlich noch Infizierte gibt. Und wenn die jetzt natürlich rumreisen, wieder andere anstecken. Aber da muss man einfach sagen, in so einem System, es ist halt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wir könnten hier in Deutschland auch sagen, hey, befordert jetzt hier alles. Wenn es losgeht, sagen wir einfach Quarantäne für alle. Niemand geht mehr arbeiten, kein Zug fährt mehr. Würde man wahrscheinlich die Ausbreitung dieses Virus erheblich bremsen. Aber die Kosten sind eben extrem. Genau, und deswegen finde ich eigentlich, ist es auch eine schöne Gelegenheit zu zeigen, dass man eben auch ohne solche drakonischen Maßnahmen das Virus eindämmen kann. Philipp, du hast eben schon zum wiederholten Mal auch aufgezählt, was wir alle für uns tun können. Ganz einfache Maßnahmen zum Infektionsschutz. Und dann natürlich versuchen, die Menschen zu isolieren, die tatsächlich infiziert worden sind. Ich muss, also ich meine, vielleicht wird man in ein paar Monaten auch sagen, das sei blauäugig gewesen, was wir hier erzählen. Aber ich glaube, wir können das auch mit demokratischen Mitteln schaffen, so ein Virus einzudeppen. Interessant fand ich noch, dieses Zitat, das war in einem Bericht über diesen Bericht. Ich zähle dir das mal. Two widely used mobile phone apps, Alipay and WeChat, which in recent years have replaced cash in China, helped and forced the restrictions, because they allow the government to keep track of people's movements and even stop people with confirmed infections from traveling. Ja, mit anderen Worten, also in China ist Bargeld weitgehend ersetzt worden durch zwei Apps, Alipay und WeChat. Und diese beiden Apps haben dabei geholfen, Reisebeschränkungen durchzusetzen, weil sie der Regierung erlauben, die Bewegung der Menschen zu verfolgen. Und sie sind sogar in der Lage, Menschen mit bestätigten Infektionen ganz vom Reisen abzuhalten. Und wie geht das, Philipp? Ja, indem sie, sagt hier der eine, Gabriel Leung von der... Dean, also der Dekan der Uni da. Genau, der Faculty of Medicine, University of Hong Kong, sagt, every person has a sort of traffic light system, color codes on mobile phones in which green, yellow and red designate a person's health status. Let guards at train stations and other checkpoints know who to let through. Also, dass du so ein Ampelsystem auf deinem Smartphone hast, wo draufsteht, infiziert, nicht infiziert, durchlassen, nicht durchlassen. Das sind Methoden, die wünschen wir uns hier, glaube ich, nicht. Und WeChat gibt es ja sogar in Deutschland. Habe ich auch schon mal eingesetzt. Aber ich glaube, das ist generell vielleicht nicht die allerbeste Idee. War auch mehr so ein Scherz. Ja, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr gesund bleibt. Gut, haltet die ganz einfachen Hygienetipps ein. Dann schützt ihr euch und eure Umgebung. Wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zu Hause. Das gilt immer. Das hilft vor allem auch gegen die Grippe. Aber sollte euch das Virus erwischen, ist das auch ganz wichtig. Und? Geht nicht ins Wartezimmer. Und lasst euch gegen diese Grippe impfen. Die normale Grippe. Gegen die normale Grippe. Die ist nämlich viel gefährlicher. Erstens ist sie gefährlich. Und zweitens, wenn man sich infiziert mit Corona. Ja. Dann noch Grippe. Du willst dann auf keinen Fall auch noch eine Grippe kriegen. Nee, also eine Grippeschutzimpfung ist sowieso super. Ich hatte vor 20 Jahren mal eine richtige Virusgrippe. Und ich kann jedem nur sagen, grusel, grusel. Offensichtlich gibt es auch viele Hausärzte und Hausärztinnen. Die nicht gegen, also. Man fragt sich. Okay, also so viel zum Thema Viren und so viel zur Lage der Nation. Denn die ist hiermit umfassend und abschließend erörtert. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Kauft euch ein Ticket für Hamburg, wenn ihr uns live erleben wollt. Am 18. April abends um 20 Uhr auf Kampnagel ist es soweit. Tickets unter lage.live. Und damit wünschen wir ein schönes Wochenende und sagen Tschüss. 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 Tschüss.